Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Locker und Glatze, heute mit einem Ehrengast, und zwar Ehren-PCG. Hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Danke, danke. Ich hab schon direkt im Start geballert, Ehrengast. Das hab ich noch nie gehört. Natürlich, passt zum Namen. So, Metamin, du bist gerade von Locals gekommen. Von den Locals bis 10 Uhr abends, erzähl mal. Du warst ein bisschen niedergeschlagen. Wir haben immer jeden Donnerstag haben wir um 18 Uhr Locals und wir hatten uns abgesprochen, dass wir uns heute Abend hier versammeln. Und da hab ich ganz vergessen, dass ich schon angemeldet war und bezahlt hatte. Vielen Dank, dass ihr gewartet habt dann, also dass wir das dann ein bisschen hochschieben konnten. Ich muss auch sagen, ich hab vergessen, dass wir heute aufnehmen wollten, deswegen war ich ein bisschen schockiert, als ich nach Hause gekommen bin und auf Discord geschaut hab. Ja, hat doch geklappt. Ganz spontan dabei. Ja, Locals war sehr toll. Hm, sehr toll, also Runde 1 gegen Wernersylfen, Madolce verloren. Was hast du gespielt? Ich hab Naturia e Shiso gespielt, mit Wernersylfen. Ohne Runic? Ohne Runic, ich bin ein armer Mensch, leider. Da reicht das Budget nicht aus. Ne, ich warte momentan auf Kashtira, also deswegen ist Überbrückungszeit einfach nur. Ja, gut. Also ich hab keinen Bock in Runic noch zu investieren, weil Runic wird mit Kashtira nicht mehr so, also es wird okay, aber sobald Kashtira draußen ist, ist halt Runic so, also kriegst halt ein Downgrade. Also Makro aus dem Extradeck ohne Probleme zu beschwören, ist halt, wird viele Decks halt hart treffen. Und, ähm, ja, in Game 2, ähm, ich weiß nicht mehr was, Game 2 oder Game 3, auf jeden Fall. Ne, Game 2 hab ich gegen, äh, Ishiso Tier-Elements gespielt und sogar noch gewonnen. Ähm, also es ist halt vorteilhaft, wenn man Schaffler auch in seinem Deck hat. Ja, auf jeden Fall. Äh, und Game 3 hab ich gegen Sprite gespielt und, äh, bin zweimal an Shifter gestorben. Also, das macht einfach so hart keinen Spaß, Alter. Das ist... Macht doch mega Spaß, ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, also innerlich war ich eine Piñata am Tod boxen. Ähm, aber, ja, Shifter, da war sogar, Game 1 hab ich sogar Shifter kassiert und ich konnte sogar meinen Notfallplan B machen. Wer kennt den Notfallplan B in Yu-Gi-Oh! momentan? Baruska, oder? Ja, er weiß es. Baruska ist immer der Notfallplan B. Äh, ich konnte es sogar machen, aber ratet mal, was kommt. Imperm. Ja. Und dann, äh, OTK mit Gamma Burst noch. Mhm. Und dann Game 2, äh, Shifter. Und ich sag mir, okay, gut, mach trotzdem Cricket Mole, auch wenn die gebannt wird. Äh, und dann hab ich, glaub ich, da drauf dann noch Ash kassiert. Sehr cool. Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr spaßigen Experience. Also, ich bin neulich auch auf Locals 02 gegangen und bin dann wieder zur Uni gefahren, weil's mir zu blöd war. Das, das war nicht so aufregend. Ich hab aber, hab aber nur ein Fun-Deck gespielt. Ich hab Sephra Sword Soul gespielt, was ich mir halt vorher noch zusammengeworfen hab, weil das, das Deck spiel ich seit irgendwie anderthalb Jahren hin und wieder mal ganz gerne. Macht halt einfach Spaß. Ich kann das gut. Weil ich hab noch Fusion Destiny Package reingeworfen, weil ich das halt rumliegen hatte und ich hatte Lust, das einfach zu spielen. War halt übel scheiße. Ich hab gegen Sprite und gegen Runic gespielt. Äh, nee, nicht Runic. Runde 1 war Ishizu Tier, hatte ich überhaupt keine Chance, weil das Deck ist dann einfach besser. Und Runde 2 war gegen Sprite und Runic und das, abgesehen davon, dass der Gegner ein bisschen gecheatet hat, weil er nicht verstanden hat, dass, dass ich auf seinen, äh, Sprite Sprint responden darf, bevor er seine Elfe benutzt, also Unchained. Ich, ich hätt die annullieren können mit einer Counter-Trap, aber er dachte, nein, ich darf die Elfe jetzt noch vorher Unchained. Das, was auch immer, war sowieso egal. Frustrierend. Immer halt gegen die zwei besten Deckspiele, die halt auf so nem viel höheren Power-Level sind. Alles nervig. Du musst doch mal grad auflösen, was ist Zephra Swordsaw? Du spielst ein Zephra-Control-Deck, wo du einfach basically auf einer Counter-Trap passt und dann hast du Swordsaw-Karten drin. Und da macht man Swordsaw mit rein. Fuck, das hab ich noch nie gehört oder gesehen. Das Deck ist auch nicht so super gut, also vor, vor Ishizu-Karten war es noch ganz okay, weil da halt das Power-Level von der Meta noch nicht so riesig groß war. Was? Hab ich noch gar nicht gewusst, dass es existiert. Ja, das, ich glaub, ich bin auch der weltweit Einzige, der das spielt. Das ist, wie gesagt, haut mich nicht um. Ja, und bei dir, was spielst du momentan, Eren? Das ist Scareclaw. Was sonst? Also, Scareclaw, äh, obwohl, nee, ich hab ganz lange Scareclaw gespielt, dann jetzt den letzten Monat Ancient Warrior eigentlich nur, aber jetzt gerade ist so, äh, ja, ich spiel halt, also ich geh kaum gar nicht auf Locals aktuell, ähm, außer auf One Piece Locals. Und warte jetzt auf Foto und Hypernova, weil, äh, ja, Foto und Hypernova kommen halt guter Support raus, auch für Scareclaw. Und da hab ich, äh, richtig Bock drauf. Was macht Scareclaw jetzt überhaupt ohne Curious? Ich hab da noch nie Curious drin gespielt. Achso, ich kann's nur als Engine, keine Ahnung. Nee, nee, äh, ich, äh, ja, was macht Scareclaw? Ja, ab, ähm, ab, also mein bestes Board ist, glaub ich, Baroness Fenrir, Tryhard, mit Protection, mit einem Buddy für den Icarus-Angriff und wahrscheinlich noch irgendwie vier Handkarten oder sowas. Oder teilweise fünf, je nachdem, ob man Magnamut in der Combo benutzt hat und dann noch einen Curious Worm Surgeon, aber, äh, es gibt ja genug Leute, die sagen, äh, Tryhard ist Baguska, äh, also so ein Möchtegern Baguska oder so einfach so ein, ja. Also Tryhard wird gerne mit Baguska verglichen und das macht in meinem Kopf gar keinen Sinn, aber ja, die, die Leute beschäftigen sich halt nicht mit dem Deck und urteilen halt trotzdem drüber, aber, ja, was soll man machen? Dern tut mich das nicht. Ich freu mich, wenn meine Gegner mich unterfetzen und mein Deck. Was kriegt das mit Support? Äh, die kriegen jetzt ein, also es kommt ja, also, Scareclaw ist wirklich, äh, ich will, wie soll ich sagen, das Spiegelbild zu Tier-Element in der Lore. Also du hast, in Lore-Weiß hast du wirklich, äh, du hast zum Beispiel, äh, Reichard und Rhino-Hard. Dann hast du drei kleine, ne, Dings, wie heißen die, äh, Havniss, Merli und Charon. Ja. Und Scareclaw hat Astra Acrobylon. Äh, du hast den Planeten Perlerino, du hast den Planeten Reichphobia und Visa ist dazwischen. Genau. Visa ist dazwischen und, und was war die Frage? Ich hab's vergessen. Der Support, also der Support, der kommt. Achso, genau, achso, der Support, genau. Und jetzt kommt ja, die Leute haben ja Angst vor Scareclaw, äh, Scareclaw, äh, vor Tier-Element-Castera. Und wir kriegen, ja, 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 und wir kriegen Kastera Scareclaw, das heißt, Fenrir ist eh broken. Jeder, der Fenrir spielen kann, und eigentlich kann jeder Fenrir spielen, ähm, Fenrir ist broken, Fenrir sucht einen, wird einen Scareclaw Extender suchen. Ähm, der Extender ist sowieso schon gut, der ist erstens ein, ein Freebody, was wichtig ist, er ist ein, er ist ein, er ist ein, er ist ein fünfter Name, der in Death sein kann, weil Tryhard profitiert davon, von unterschiedlichen Namen in Death von Scareclaw. Er kann aus der Verteidigung mit zwei, sechs angreifen und, äh, annulliert die Effekte von, äh, Monstern, gegen die Scareclaw gekämpft haben für den Zug. Aber leider nicht, äh, Amadis, ich dachte kurz, das war wie Amadis, aber das ist leider nicht wie Amadis. Macht er das mit dem Negieren? Äh, ich weiß, dass er das für, äh, Karschrela macht, macht er das auch für, ähm, äh, wie heißt das, äh, für Scareclaw, macht er das auch, oder wie? Äh, wie das Negieren. Also der macht, also ich weiß, dass wenn ein, warte, äh, ich lese den mal gerade, you can only use this card and can, äh, okay. Äh, the effects of opponents, ja, tatsächlich, krass. Aber nee, aber das ist nicht wie Amadis, oder? Also du kannst, der ist nicht wie Utopia Lightning, so funktioniert der, glaube ich nicht. Ich dachte das anfangs so, aber das ist nicht so. Glaube ich. Also du kannst ihn beschwören und sagen wir, du hast noch drei andere Scareclaws. Einer deiner Scareclaws greift ein gegnerisches Monster an, von mir stirbt das, das ist vollkommen egal. Äh, danach sind, äh, alle gegnerischen Monster bis zu einem Facing Gear. Nee, 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 involved. The effects of any opponent's monster that was involved. Genau. Nee, okay, aber das ist zum Beispiel mein Ding, also Avramax ist eh nicht mein Problem zum Glück, aber du kannst jetzt keinen Avramax überrennen, ohne dass Avramax seinen Effekt aktiviert. Aber seinen Shuffle-Back-Effekt kriegt er nicht. Aber den Push-Effekt. Nee, nee, also du lässt ein Monster mit Avramax kämpfen, äh, während der, ähm, Scareclaw leakt. Ja, ja. Dann stirbt das Monster halt, weil Avramax halt stärker ist, aber danach ist Avramax negiert. Ja, aber meistens out, also ich oute, äh, Dings tatsächlich, ich gehe jedes Game auf Cereboros. Jedes Game, also Cereboros mache ich so oft in dem Deck. Also ich hatte halt, als ich Casrilla getestet hab, ähm, hab ich, äh, hab ich einmal online spielen müssen, dann hab ich gegen Avramax spielen müssen und, äh, mit Casrilla machst du dir eigentlich krass in die Hose gegen Avramax, weil du hast nur Targeting und eigentlich fast gar nichts gegen den. Und dann hab ich, äh, beim Spielen gemerkt, okay, krass, du kannst ja mit ihm outen. Dann hab ich irgendeinen, äh, Casrilla reinrennen lassen, äh, hab den, äh, der ist dann gestorben, ich hab Schaden bekommen, dann bin ich Mainface 2 gegangen, danach war Avramax negiert. Und, äh, dann hab ich noch irgendeinen Siebener beschwommen, bin in Big Eye gegangen und konnte Avramax klauen. Ja. Wie willst du mit Big Eye Avramax klauen, wenn du ihn nicht wählen kannst? Also der ist nach dem Kampf mit einem, äh, negiert, weil dieser Scareclaw das sagt. Ja. Weil einen musst du halt sterben lassen, der rennt halt rein, aber dann nach diesem Kampf, äh, ist, äh, ist Avramax negiert, weil, ähm, der Scareclaw, ähm, so gesehen passiv negiert, also, ja, der zielt auch nicht dafür. Ja, aber das schon mit, also da verliert, machst du ja ein bisschen Minus, aber, aber so, das ist im Zweifelsfall ein Out, aber wie gesagt, man hat eigentlich genug andere Outs. Und dann kommt noch eine Spell raus, suchbares Spell, Defang, und die hat auch drei richtig nice Effekte. Also erstens, äh, dein, äh, Gegner kann Link-Monster und Visa nicht wählen, und das ist schon, zum Beispiel, Druiswurm ist ein Triad-Out, Druiswurm nervt wirklich, und dass du nicht wählen kannst, ist, hey, also, dass Triad nicht gewählt wird durch Imperm, und weiß, was ich, wenn Chalice wieder gespielt werden würde. Genau, also, Wähleffekte ist richtig nice, und permanenter Schutz vor Karten-Effekt-Zerstörung, und das Ding ist, die Reborn, die nicht once per turn ist, die kannst du, äh, stattdessen banischen und vor Kampf- und Karten-Effekt-Zerstören, äh, beschützen. Das heißt, du hast, mit der neuen Spell hast du doppelten Schutz vor Karten-Effekt-Zerstörung, du hast Kampf-Karten-Effekt-Zerstörung-Schutz, ne, Kampf-Zerstörung-Schutz, was fast nie passiert, weil alles wird in Death gedreht. Chang-Ying, äh, Punisher, äh, Psychic-Ein-Punisher, alles wird in Death gedreht, das, äh, Triad interessiert das nicht. Äh, jedes Monster, was durch den Scareclaw-Link-Monster zerstört wird, oder Visa, wird gebanished, das ist der zweite Effekt. Und der dritte Effekt ist, du kannst einen Scareclaw-Link-Monster vom Feld oder Friedhof banischen und eine Karte vom Gegner wählen und zerstören. Und dieses, äh, dieser Free-Pop, das hat ja auch schon die Feed-Spell, also die Feed-Spell der Scareclaws ist, in ein paar Hinsichten ist die besser als, als, äh, Perlerino. Also die Leute nehmen das meistens nicht ernst, wenn ich das sage, aber Perlerino ist nice, keine Frage, und kann im gegnerischen Zug auch schießen. Aber ich, als Mystic-Mine noch erlaubt war, wirklich, ich hab, ich hab gehofft, dass ich gegen Mystic-Mine-Decks gespielt hab, weil, weil ich nie Angst hatte vor Mystic-Mine. Und ich hab jetzt letztens, äh, also Scareclaw toppt ja jetzt schon, auch mehrmals, auch wirklich Scareclaw-Pur-Decks und nicht nur als Engine. Ähm, und dann sehe ich so, hä, die spielen teilweise Duster, und ich denke mir so, hä, warum spielst du Duster? Du hast, deine Feed-Spell spießt, wenn drei Monster auf dem Feld in Death sind. Das heißt, mein Gegner kann großen Match haben, der kann Rivalry haben, der kann Tickebu haben, der kann alles haben. Wenn ich zwei Züge warte und, äh, und die Gegner spielen selbst meistens Monster in Death, weil die da halt keine Ahnung haben, und dann schießt du einfach mit der Dings, äh, auch in, in Dortmund hatte ich das, da hat, äh, jemand sich auf, äh, Flanderspieler auf Mystic-Mine ausgeruht. Und ich hab dann, äh, zwei Züge so getan, also ich hätte's outen können, ich hab's nicht geoutet, hab dann so getan, hab dann nochmal ein bisschen gezogen, wo ich dann dachte, okay, jetzt würde ich ihn auf jeden Fall OTK'n, hab zwei Züge gezogen, hab dann die Mystic-Mine einfach gechancen und hab ihn sofort OTK'd. Und ich hab jedes, jedes, äh, Mystic-Mine-Match hab ich gewonnen. Also, äh, und jetzt kriegst du halt noch ein Paub hinterher. Und das Heftige ist, der Link-Einser von den Scareclaw, okay, ihr müsst mich gleich stoppen, aber das sag ich noch, weil sonst, äh, da geh ich da eine Stunde drüber. Der Link-Einser von Scareclaw, das ist ein Link-Eins, der nicht Once-Per-Turn ist, der einen Once-Per-Dual-Effekt hat, mit der mit sich selbst, in sich selbst gehen kann. Weil, du, du gehst auf den Link-Eins, wenn die Leute den Link-Einser impermen, ist schon vorbei. Weil, äh, du, du schießt den mit Visa, er holt sich Once-Per-Dual wieder, dann liegt er nicht mehr in der EMC, und die EMC ist wichtig. Triads und Light-Hards-Effekt zum Searchen geht nur in der EMC. Das heißt, ich hab ihn in der EMC, ich kick ihn perm ab, ich schieß den mit Visa, er holt sich selbst vom Friedhof, er liegt in der Main-Monster-Zone, das ist die Voraussetzung für Light-Hard. Und dann gehst du von der Main-Monster-Zone mit Light-Hard in Light-Hard in die EMC und suchst nochmal. Und, äh, darum ist auch so wichtig, bei deinem neuen Spell, die sagt, you can banish one Scareclaw-Link-Monster from your Field or Graveyard. Das heißt, du musst deinen EMC halt freikriegen, darum spiel ich auch Silantis, also nicht nur um Baroness zu resetten, aber zum Beispiel, ich hab, es ist schon aufgekommen, dass ich Silantis gebraucht hab, weil ich unbedingt meine Field-Spell gebraucht hab, aber ich hatte schon was anderes in der EMC. Und dann mach ich Silantis, mach die EMC frei, geh in Light-Hard, such mir die Field-Spell und, ja, und, äh, OTK wahrscheinlich dann wieder, äh, aber, ja, es, äh, ja, schon, schon, äh, wirklich sehr nice. Krass, also, die kriegen, hätte ich gar nicht gedacht, dass das Deck auch so viel Support kriegt, also, ich hab's gerade auch erst gesehen, also, die Defang, also, ich wusste den Scareclaw-Castierer, wusste ich, aber, äh, die Defang hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, die ist, die ist richtig krass tatsächlich, also, die hat wirklich sehr viele Effekte. Ja, und, und hier Dings, äh, der einzige Grund, also, es wurde ja eine kurze Zeit lang Scareclaw, äh, T-Element gespielt, und der einzige Grund dafür war meistens eigentlich, also, erstens, weil Reichert auch in Saints, aber, weil Scareclaw baut einfacher Baroness als T-Element, das heißt, du spielst, die haben halt über Visa, äh, über Visa in die Scareclaw-Engine und haben dann Baroness gebaut, und in Cyberstorm Axis kommt eine Karte raus, die heißt Vicious Astrout, und die ist der Wahnsinn, ich krieg Gänse auf, wenn ich mir die durchlese, die sagt, du brauchst ein Visa, das ist ein Fusionsmonster, du brauchst ein Visa und ein 1-5 Monster mit zwei 1-Stef, also Reichert, Rhino-Heart, Arise-Heart, Reum-Heart, ne, die ganzen, und, guck mal, ich geh eigentlich immer auf Baroness, und wenn die Karte rauskommt, immer wenn ich auf Baroness geh, und ich geh fast immer auf Baroness, ist der komplett free, das ist ein Stufe 8 Fusionsmonster mit 3000, 3000, kann nicht durch Kampf zerstört werden, On Summon schießt die, und sie gaint Angriff der Hälfte, wenn er was zerstört, alle Effekte, alle Stats ist komplett egal, das könnte ein Vanilla sein, ich würd den trotzdem spielen, vielleicht sogar zweimal, weil auch nichts davon once per turn ist, sobald ich die Materialien für Baroness hab, hab ich ihn automatisch, immer, und das ist so heftig, und zum Beispiel, also wenn das jetzt der Fall wäre, sagen wir, mein Gegner mildt mir, äh, zehn Karten blind, ich hab ein Visa, einen Friedhof und einen Reichert, bei den Spanish Summon, weißt du, und darum ab Cyberstorm Access, immer wenn ich auf Cheng Ying gehe, oder Baroness, hab ich ihn komplett for free, und Tryhard braucht nur, äh, Effektmonster, du brauchst nur Effektmonster, das heißt, ein Freebody ist ein Freebody, und der ist so free, also das ist unglaublich, wie, den kriegst du hinterhergeworfen, also, ey, Cyberstorm, ich freu mich wirklich, ich wusste gar nicht, dass der da so krass gespielt werden könnte, ja, also ich hoffe, alles wird schön günstig, ich freu mich, also ich freu mich auf Photon Hypernova, ich hoffe, also ich glaub, ich muss wenig ausgeben, um mein Deck abzugraden, und Cyberstorm Access freu ich mich auch richtig toll, also die Fusion ist so geil, also, also ich freu mich so sehr, wirklich. Ja, grad was irgendwie Support für andere Archetypes angeht, Konami ist richtig krass, ich hab mir jetzt bei Photon Hypernova mal die anderen, also ich bin ja mehr so Rogue-Deck-Spieler, da hab ich eigentlich mehr Spaß dran, weil dann wissen Leute nicht, was dein Deck macht, und dann kannst du komische Sachen machen, zum Beispiel Galaxy Eyes, krieg richtig krankensupport, wo du jetzt ganz viele neue Lines hast, du hast ein generisches Rang 4 Monster, einfach zwei Monster der Stufe 4, die sucht den ganzen Archetype, Photon und Galaxy, und zwar eine Karte, nicht nur ein Monster, wirklich alles, was du willst, kannst du suchen, äh, und Ninja will ich auch spielen, das ist ziemlich cool, weil die haben es jetzt endlich geschafft, das Gimmick mit dem Face Down so, mal ordentlich durchzusetzen, Ah, ist das dieser Galaxy Summoner? Keine Ahnung, ein Galaxy Drachen, Rang 4, der ist schon sehr crazy, ja. Und die kriegen noch einen Rang 4er, Galaxy Photon Dragon, ja, genau den meine ich, der searcht das ganze Deck, und ist generic, du kannst es in jedem Deck, zum Beispiel Galaxy Soldier suchen, wenn du Bock hast. Krass, da war stark. Also ist es ein bisschen irrelevant, weil ABC ist tot, wegen Bastials, aber, wenn das nicht so wäre, wäre es bestimmt cool. Ja, ist eine schwierige Zeit, wegen Bastials generell. also, kein großer Fan von den Karten. Also, ich bin mit Naturia, Ishizu gegen Bastials, freue ich mich immer sehr, weil ich habe, das ganze Deck ist Erde, und, äh, acht oder neun Karten aus dem Extra Deck sind auch fast nur Erde, ähm, da gibt es nicht viel für die zu holen, im Grunde genommen, aber so an und für sich, finde ich, sind die Bastials einfach so fehldesignt, also ich finde, die sind einfach so fehldesignt, einfach nur, mich nerven diese Karten einfach nur. Ja, auf jeden Fall. Also ich fand, ich fand den Ben im OCG, fand ich schon mal eine richtig gute Richtung. Warte, was haben die gebannt? Äh, die haben Magna Mut auf eins gemacht. Oh. Ja, ja, aber ist ja nicht banned, ne? Äh, ja, okay, ja, ich sag mal so, die haben zwei gebannt. Ja. Äh, aber Magna Mut ist halt, adde dir einen Drachen vom Friedhof oder deck auf die Hand in der Endphase. Oh, ist ganz okay, ne? Ja. Die meisten vergessen, dass er vom Friedhof adden kann. Also der kann vom Friedhof einfach einen wiederholen. Mhm. Beliebig. Also, du lockst dich in gar nichts, du beschwörst das Ding einfach. Ah, ich, also ich fand, ich fand, also ich freu mich, wenn die Dinger auf der Bandlist landen. Also dann, also ich fand, die Entscheidung, die Dinger so zu drucken, wie sie die gedruckt haben, das war wieder so typisch, da sitzt irgendeiner so im Konami-Hauptcenter sitzt da so in der Produktion und sagt so, hm, ich find Drachen ganz cool. Und dann siehst du den, der hat den Anzug einfach voll mit Drachen gestrickt, weißt du? Der hat auch zu Hause das ganze Zimmer voll mit Drachen und auch Bettwäsche voll mit Drachen drauf. Oh je. Ja, weil, also so hast du das Gefühl halt, fände ich grundsätzlich, was sowas angeht, weil es gibt so unfassbar generischen Drachensupport, das ist relativ strange, also das erlebst du kaum bei anderen Sachen, also ich, ich wäre froh, wenn es so Dinge noch mehr für Earth Machine vielleicht gäbe, in der Art und Weise, irgendwas, was im Ansatz was tun würde. Ja, du bist einfach nur ein Fanboy, das ist alles. Nee, aber ich mein, bei Bistis zum Beispiel, was halt cool gewesen wäre, wenn sie gesagt hätten, boah Gott, dass sie halt nur Dark banishen können, weil die besten Decks sind halt einfach Dark. Dann hätten sie halt wirklich nur Tier und vielleicht Dragon Link und das war's. Ja, zum Beispiel, oder irgendwelche Art und... Und mit Light tötest du halt so viele Fun Decks, zum Beispiel ABC. Stimmt, ja. Nicht, dass das so relevant wäre, aber es ist halt scheiße für die Casual-Spieler und für die, die halt nicht unbedingt Meta spielen wollen. mit Eldlich ist auch immer so hart gewesen, besonders auch gegen den Nishisus. Ich hab immer gerne Branded Eldlich gespielt und dann, boah, eine der schlimmsten Sachen ist, einfach nur, ich aktivier Branded Fusion, schick Golden Lord und Fallen of Albers, beschwer Albion. Mein Gegner macht Effect Hellback, Target Albion. Das ist so eine, das ist so eine Interaktion, die ist schlimmer, als beim Urologen zu sitzen. So, und die Sache ist ja die, du hast ja Albion-Effekt angesagt, dann musst du fusionieren. Ja, und dann ist dein, ist dein Extra-Deck-Monster weg, was musst du machen, wenn du keine Target-Bahn hast. Ja, den Golden Lord musst du bannen, den Fallen of Albers musst du bannen und dann gehst du in Titanic-Lad. Krass. Krasses Boss-Monster, darauf wolle ich unbedingt enden, im First-Turn. Das war jetzt mein Traum gewesen. Also, so, 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 gar für das Spiel gefahren. Schmerz ohne Ende, Alter. Ja, ich schieße es auch kein großer Fan von. Wenn es halt weh, ist es nur die Miller wären. Irgendwie, wenn wir sagen könnten, die Shuffler auf 1 oder auf 0, wäre schon sehr, sehr cool. Weil die Mill-Monster sind lustig. Die helfen halt so random Rogue-Decks auch. Ja. Ich bin vielleicht ein ziemlicher Rogue-Fanboy gerade, aber das ist halt eigentlich alles, was mich noch irgendwie an Yu-Gi-Oh! hält, dass du halt irgendwelche Rogue-Decks spielen kannst. Ich hab Bock, irgendwann mal zum Beispiel Light Sworn zu spielen, weil das, also das ist echt komplett Trash. Die Normals haben von denen Mill zwei Karten, da ist sogar mehr die besser, so. Und die hat auch bessere Stats, weil du mit ihr halt totbauen kannst. Das ist schon traurig. Aber ich hätt halt so Bock. Wenn solche Decks machen wir mehr Spaß. Ja, also ich spiel momentan ja Naturia, ich schieße so mit dem Wernosurfen. Und da spielst du auch die Gravekeeper-Trap. Und das ist dann manchmal, also schon lustig, wenn du mal dann Exchange of the Spirit hittest und dann darfst du 5 zurückmischen oder der Gegner hat keine Friedhofeffekte mehr. Dann darf ich so in Ansätzen auch mal mitspielen. Also was einer meiner schönsten Achievements war mit dem Deck, ist Baguska legen und Flander Deck outen. Das war... Das stelle ich mir sehr schön vor. Ja, weil du kannst halt dann halt auch den Baguska auch wieder loopen, dann recycelst den, baust den dann nochmal wieder und dann loopst du auch die Keldos, den Keldos, ne, den Kelback und den Agido, damit du halt spielen kannst. Aber ja. Und Naturia Beast bauen ist ein geiles Gefühl. Naturia Beast bauen ist so toll. Ja, nur nicht dagegen zu spielen. Hä? Nur nicht dagegen zu spielen. Also ich hab jetzt nichts gegen die Gates, aber Infinite and the Gates sind ein bisschen zu viel des Guten. Ja, ist schon ein bisschen strong, aber halt Dark Ruler und Impalm... Ja, na, musst du halt auch erstmal ziehen. Ja. Passiert man einigermaßen. Aber... Ich find das auch ultra witzig. Ich hab jetzt gestern oder so das Video gedroppt mit dem Yu-Gi-Oh macht momentan nicht so viel Spaß. Aber da hab ich direkt einfach mal drei Abonnenten bekommen überlacht und ich denk mir so, okay, gut, könnte sein, dass die Meinung irgendwo Anklang findet. Ähm... Nee, überhaupt nicht. Also Yu-Gi-Oh ist doch super. Haben auch ein richtig niedriges Power-Level. Ist voll angenehm zu spielen. Ja, das Regulieren müsste irgendwo kommen. Das wär echt toll. Ich mein, OCG schafft's ja. So, die... Bei denen ist Striker-Viable das fairste Deck gefühlt überhaupt, was jemals Viable war. Ja. In letzter Zeit. Bei denen ist ja tier trotzdem, äh, tier 1 noch. Ja, weil die... Weil die noch nicht rausgefunden haben, was besser ist. Hier ist absolut nicht das beste Deck mehr dort. Die spielen das nur aus Gewohnheit. Ja, aber obwohl Kid Carlos weg ist. Also das ist schon... Ja, eben. Schon ein bisschen krass. Die copen einfach nur ein bisschen. Ja, die halten's am Leben, solange es geht. Aber es ist trotzdem halt auch... Ich kann mir auch vorstellen, dass es ohne Kid Carlos immer noch Viable ist. Also ich wär erstmal überhaupt dankbar, wenn hier überhaupt der Schritt käme, dass man einfach mal sagt, dass man viel Spell und Huffness irgendwie... mal mindestens auf 1 runter hätte. Das wär so schön. Ja, vielleicht die Field Spell nicht, aber ich mein, die müssen Megatins verkaufen noch. Das ist halt die Sache. Wollen wir noch 6 Monate länger lang dieses Format spielen mit Sprite Tier und dafür richtig viel Geld machen bei Megatins? Oder wollen wir den Spielern endlich ein spaßiges Spiel geben? Ne, ich glaub... Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch, äh, Tier, so wie wir es jetzt kennen, in den nächsten 2-3 Monaten noch existiert. Ich hoffe das. Ich bin auf jeden Fall... Ich bin nicht bereit zu quitten, aber es wäre schon sehr verlockend, mit Yu-Gi-Oh! aufzuhören, wenn nächsten Monat die Bände ist, kommt und die immer noch nichts ordentliches hitten. Naja, ich glaub, die Sache war ja die... Also, die mussten das ja noch so ein bisschen am Leben halten, so. Deswegen gab's ja nur diese indirekten Hits, die eigentlich gar nichts gemacht haben. Und, äh, jetzt im Nachgang wird's wahrscheinlich langsam gehittet halt. Ja, dass... Aber Instant Fusion immer noch erlaubt ist, das ist der Wahnsinn. Also, das ist ja nicht mehr... Also, keine Ahnung. Da war ich echt sprachlos. Dass die immer noch nicht Instant Fusion gebannt haben. Vielleicht liegt das am Beat Trooper. Ja. Nee, aber Instant Fusion ist doch nicht die Problemkarte. Nee, aber die ist so broken. Nee, das wär aber das Mindeste gewesen. Als sie Ronin Toad gebannt haben, wär das Mindeste gewesen, dass die Instant Fusion bannt. Das Mindeste. Ja, auf jeden Fall. Gerade mit, äh, Triple Tactics Tasking hast du halt drei weitere Kopien von Instant Fusion, das ist ein bisschen Ass. Ja, und, äh, die recyceln die. Also, ich hatte mir überlegt, jetzt wegen Mudora und Keldo, äh, diese Falle ist ja nicht mal wirklich schlecht, aber sie ist halt nicht... Also, gibt Besseres. Aber dass das Quick-Effekte sind, also, es ist so absurd, dass die gar kein Setup brauchen. Ich hatte überlegt, dass das normale Effekte sind und wenn die Falle im Friedhof liegt, dann sind es Quick-Effekte. Und selbst das wär broken. Selbst das wär broken und nicht mal... Also, nicht statt drei, fünf, sondern du spielst ne schlechte Karte, ne schlechte, und du musst dir die, das Quick-Effekt, dass die Quick-Effekte sind, wie ein Orkust, ne? Wie ein Orkust. Hol dir die Feed-Spell, dann hast du die Quick-Effekte. Das hätten die... Das wär das Mindeste gewesen bei Mudora und Keldo. Aber, aber... Die werden trotzdem broken gewesen und nicht mal diese Voraussetzungen haben. Also, die sind echt Wahnsinn. Ich weiß auch nicht... Keine Ahnung. Also, früher war das ja so, Verband war Verband, Verdecktverband war Verdecktverband und Friedhof war Friedhof und jetzt hast du schon seit gefühlt zehn Jahren, zwölf Jahren ist dein... ist dein Friedhof deine zweite Hand und dann bringen die einfach ein Format raus, wo kein Deck funktioniert, was mit einem Friedhof spielt wegen Tie Shizu und das nächste Format von dein Friedhof funktioniert nicht, wechseln wir auf du hast keinen Friedhof und ja, keine Ahnung. Also, ich spiele aktuell echt lieber One Piece. Also, ich liebe Yu-Gi-Oh! Ich werde auch immer Yu-Gi-Oh! lieben, aber es ist echt mal erfrischend auch was anderes zu spielen. Also, wirklich... Ja, auf jeden Fall. Ich wechsle manchmal auf Magic halt Commander, weil das halt super viel Spaß macht und das ist sowieso das größte Casual-Spiel, was man spielen kann, so. Weil das halt, für die, die es nicht wissen, es sind 100 Kartendecks, du spielst jede Karte nur einmal und das ist halt richtig spaßig, so. Und Multiplayer-orientiert, also irgendwie vier Spieler oder so. Das ist schon geil. Mhm. Ja. Es ist eine harte Zeit. Also, ich glaube und hoffe halt nur auf irgendwelche Art von Veränderung und bin halt gespannt, in welche Richtung sich das bewegt. Also, ich gehe den Monat hier noch auf Regio jetzt nächste Woche und, ähm, joa. Mit dem Deck hoffe ich schon teilweise auf TF Shiso zu treffen, weil die Schaffler halt Bock machen und halt viele auch gar nicht so richtig checken, was, ähm, hier, äh, Naturia und so so richtig macht. Mhm. Und ich will einmal gegen Natu, äh, Tier Shiso spielen und Gravekeeper's Trap mit der Trap, äh, mit Exchange im Friedhof haben. Ja, das ist sicherlich lustig. Das Gefühl will ich mir einmal gönnen, danach kann ich von mir aus den ganzen Tag verlieren. Ist mir dann komplett egal. Aber, äh... Ich glaube aber, wenn sie was hätten, dann wahrscheinlich am ehesten die Shiso-Karten, weil die sind nichts mehr wert. Und Magnificent Mavens hat sich gut verkauft. Einer, was haben da Leute overpaid? Holy shit, haben die da overpaid? Ja. Oh mein Gott. Also, die Händler haben sich dumm und dämlich verdient. Dumm und dämlich an, 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 an der, an der Engine. An der Engine haben die sich kaputt verdient. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es war einfach so zwei, dreihundert Euro im Vorverkauf. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie ich mit Kollegen da saß, die sich das holen wollten und die dann gesagt haben, ah ja, 20, 30 Euro, für die ist ja eigentlich noch okay, so pro Stück. Mhm. Habe ich auch gesagt. Genau. Hat eigentlich jeder gesagt, weil du denkst, okay gut, die Karten sind broken, äh, die können einfach nur noch teurer werden. Und jetzt kostet, die ganze Suppe zusammen kostet alles 20, 30 Euro. Ja. Ich habe für Keldo zwei Euro bezahlt und ich habe overpaid. Also der kostet echt 40 Cent gerade. Und ich kenne, glaube ich, zwei Leute, die haben da auch bei 25 Euro oder ein Stück oder so zugeschlagen und dachten, die hatten einen Schnapper. Mhm. Das ist echt. Ich habe einen Killback bei 16 gekauft und dann ne Ischizo Tier gespielt, weil ich einfach nicht dazu kam. Und dann habe ich meine Field Space verkauft und dann habe ich sowieso aufgegeben. Ja. Ich hatte das ja auch umliegen. Ja. Ja, ich habe die ein bisschen zu spät verkauft, aber was soll's. Wie viel hast du sie noch losbekommen? Äh, ich habe die, ich habe eine gezogen, zwei bei 60 gekauft, dann habe ich alle für 40 das Stück verkauft. Oh. Aber ich muss auch mal kurz was loswerden. Ich habe hier letztens in der Community die besten und schlechtesten Einkäufe 2022 sind wir durchgegangen und einer der hat mir wirklich ein Bild geschickt und das war kein Fake der hat sechs Pelerinos für 65 Cent das Stück gekauft. Oh, das habe ich auch gesehen. Oh je. Man of the year. Sechs Stück. Na gut, guter Kurs. Und dann kommentiert er noch Jo, alles gut, bin zufrieden. Ja, wäre ich auch. Aber er konnte in dem Monat zwar nicht seine Miete zahlen oder seine Familie ernähren aber jo, bin zufrieden. Ich habe mir vor wie der Typ mit so Tränen da sitzt und die so rein guckt und den Namen guckt so auf meinem PC und die Tränen laufen so langsam. Ja, oh mein Gott. Also ich hatte an der Stelle des Verkäufers einfach gesagt der Brief wurde leider verloren. Der wurde wieder vom Hund angebissen. Ja, nee, das ist bei also obwohl du kannst ja einfach einen Brief für Prio versenden ohne Inhalt und dann sagen oh, er wurde ausgeschlitzt. Ja, war bei mir so bei Access Code. Ich habe damals Access Code Talker zwei Stück gekauft als der bei 30 Euro oder so war und dann ist er halt aber ich habe halt genau rechtzeitig gekauft bevor er dann wirklich so auf 70, 80 hoch ist. Das ging ja richtig schnell auf einmal und dann und dann schickt er mir den Brief zu und da war einfach ein leerer Toploader drin und ich habe das zum Glück gefilmt und dann War der wenigstens aufgeschlitzt oder so? Nee, 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 nee. Das war einfach ein leerer Toploader. Was für ein dreister Bastard. Ja, nee und das Nächste war ich suche mal hier kurz sogar die Nachricht raus. Nicht angekommen. Aber ist auch intelligent. Alter, guck mal er schreibt Guck mal, ich schreibt's, guck mal, ich bestelle bei ihm, er sagt, hallo Erin, ich bin heute krank geworden, ich hoffe es macht Ihnen nichts aus, Hauptsache erst mal duzen und dann siezen, wenn die Karte heute nicht mehr rausgehen, ne? Ansonsten können sie die Bestellung auch stornieren, hab kein Problem damit, kann ja nichts dafür, dass ich krank wurde und du ebenso, ne? Hat er recht. Dann habe ich geschrieben, gute Besserung, das ist gar kein Problem, ich brauche die Karten, hab es aber nicht eilig, stornieren möchte ich nicht. Ne? Habe ich klipp und klar geschrieben, bla bla bla, alles klar, bla bla bla, ich sende sie sobald, bla bla bla, und dann habe ich geschrieben, ist nicht angekommen, also der Brief ist aber noch nicht angekommen und dann, warte mal, genau, das dauert ungewöhnlich lange, bla bla bla, ist auch kein Problem. So, dann habe ich geschrieben, dein Brief ist angekommen, aber die Exescode Talker nicht, lediglich ein leerer Toploader, ich habe den Support kontaktiert, er schreibt, kann nicht sein, die Talker sind im Toploader. Er ist einer, der ist ein richtig kleiner Händler gewesen, der ist jetzt tatsächlich ganz normaler Händler, so ein Arsch. Er ist noch auf der Plattform. Ja, ja, und, äh, war ein Toploader gewesen, genau, warte, ich habe den Support, genau, und er hat den wieder neu gelistet und dann schreibe ich dem Support, äh, hallo, Cardmarket, das ist ein ultra kleiner Händler, ich glaube nicht, dass er den da ein paar Mal bei sich rumliegen hat, ihr seht das doch, er hat die neu gelistet, guckt in seinen Inventar, er hat die neu gelistet für den doppelten Preis. Ich habe gesagt, ja, die Karte ist gestern explodiert, bla, 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 und dann habe ich geschrieben, gut, dass ich so paranoid nach deiner Stornierungsanfrage geworden bin und es gefilmt habe, wie ich deinen Brief geöffnet habe, ich hoffe für dich, dass, dass der, äh, potenzielle Gewinn es wert war, so unehrlich zu handeln, viel Erfolg, die Axis-Cord-Talker, die mir zustanden, nicht, ich glaube, ich habe 47 gesagt, sondern für 74. Und dann schreibt er, bitte kaufen Sie bei mir nie wieder ein, ich bitte Sie darum, falls Sie damit etwas zu tun haben und nochmal in sich gehen. Gerade neue Händler, mit wenig Verkäufen, leiden darunter sehr stark. So, wie kann man so dreist sein und das schreiben, also jetzt mal ehrlich. Und jetzt hatte ich die letzten zwei Jahre keinen Axis-Cord-Talker und den habe ich mir jetzt mit Brothers of Legend geholt. Also wirklich, so ein Arsch. Ich hatte, ich habe immer Axis-Cord-Talker gebraucht. Und das Schlimme ist, Konntest du den E-Line oder so? Oder bei dem Margot-Reprint? Nee, meistens nicht. Okay, Margot hatte ich, aber der, das war nicht das Wahre, der war zu hässlich. Der war auch hässlich. Ich habe noch, vor der, vor der, vor der WCS Dortmund habe ich noch geswappt gegen The Secret für, ich glaube, 80 Euro haben wir getradet. Ja, der ist scheußlich, der Mango-Talker. Der ist jetzt bei, ich glaube, 35 oder so aus dem Originalset. Und der hat auch irgendwie, wenn du ihn ins Licht hältst, ist der so schmutzig. Ich weiß nicht, wie sowas passiert, aber richtig scheußlich. Also so ein wilder Händler unterwegs. Ja. Echt schlimm. Ich hatte mal einen Fall, wo ich was verkauft habe. Ich glaube, Ami Super Rare MSTs waren das. Und da hatte ich die irgendwie nicht mehr, weil ich glaube, ich hatte die an einen Freund gegeben. So, und ich habe vergessen, die dann von Market runterzunehmen. Dann wurden die gekauft, weil das waren die einzigen Ami Super Rare MSTs auf Market. Und das war so ein Typ, der wollte unbedingt alle Rarities davon sammeln, weil der hat mir da auch geschrieben, ja, ich habe übrigens schon ein Playset-Ulti und ein Playset-Ghost für diese und diese Past-Format-Deck. So, okay, wurde er wert gefragt. Und der, der, der hat, es ist schon eine Weile her, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Kann auch sein, dass ich da irgendwie Unrecht gemacht habe. Aber auf jeden Fall, der hat so einen Terror gemacht, wegen einer 1-Euro-Karte. Ich habe ihm gesagt, Bruder, ich kann dir auch einfach den Euro rückerstatten. Ich kann dir auch gerne 2 Euro rückerstatten. Er hat darauf bestanden, dass ich die Karte ihm zuschicke. Und es gab keine Amis mehr auf Market. Wo soll ich die denn bitte hernehmen? Ich hätte die aus Amerika importieren müssen. Ich habe mir dann am Ende, glaube ich, eine europäische zugeschickt und die gesagt, ja, heul doch. Und dann meinte er so, ja, das wird Konsequenzen haben. Ich habe das dem Kart-Market-Support gemeldet. Also, das ging da wochenlang hin und her. Und außerdem hat er seine ganzen Facebook-Trader-Gruppen da informiert. Und seitdem bin ich von irgendwie 100 Kart-Market-Leuten geblockt. Also irgendwie fast jede Karte, die ich aufrufe, ich muss ein bisschen scrollen, dann sehe ich da irgendwen, der mich geblockt hat, mit dem ich noch nie was zu tun hatte. Das ist großartig. Das kenne ich aber auch manchmal. Aber ich bin, also, ich bin, glaube ich, ein Kunde, also, ein Händler will auch nicht, dass ich, dass ich da einkaufe. Weil, wenn ich Niermint bestelle, will ich schon Niermint haben. Manchmal, schaue ich drüber, aber ich hatte letztens echt, also Waffenmeister in Ultra, der, nee, Waffenmeister in Super Rare aus LGBT, habe ich mir bestellt und wirklich der Typ, er listet das als Excellent und er ist da wirklich mit seinem Bürostuhl drüber gefahren. So, äh, hallo, das ist nicht ganz Excellent und dann copypaste ich ihm die Erklärung von Excellent und die Leute, oder ich habe hier Gladiator und Goia, äh, mein Lieblingsdeck, habe ich halt die ganzen First Prints, also wir reden hier von Gladiator is sold, ne, das sind alles Cummins. Mhm. Bestiari, Hoblumpus, äh, okay, Lakari ist eine Rare, aber das sind so alles einfach so Cummins und dann bestelle ich die bewusst Niermint First Deutsch, weil ich das halt so am Nostalgischen ist für mich, für Edison und die, und die schicken mir die durchgenudelt und denken so, okay, die Karte ist alt, dann passt das schon, dass das, dann geht das schon als Niermint durch. Und ich habe mir so, nein, ich habe extra das Fünffache, also wie gesagt, die kostet 9 Cent und dann bezahle ich 45 Cent für einen Gladiator und Goia Darius Ich finde es auch frech, einfach 50 Cent für so eine alte Kammel zu verlangen, selbst wenn man ein großer Händler ist. Ja, also nee, also Mindestpreis ist ja das, das erarbeiten die sich ja, ne, so ein Mindestpreis, zum Beispiel, das ist ja das Gute und das Schlechte jetzt, ne, jetzt mit diesem neuen, also ich werde nichts mehr verkaufen auf Cardmarket, also ich habe das, ich hatte das schon gut hinbekommen, also ich habe auf Cardmarket nur verkauft, um mir das Hobby eher zu leisten zu können, ne, kauft, verkauft, gekauft, verkauft, aber jetzt nicht mehr und wegen diesem neuen, wegen diesem neuen Gesetz, dass du ab 30 Verkäufen wirst du dem Finanzamt gemeldet, aber halt gemeldet, ne, nicht im Sinne von, die stehen, keine Ahnung, vor deiner Haustür, sondern ab 30 Verkäufen sagen die, wirst du gemeldet oder ab 2000 Euro und, wie wirst du gemeldet, musst du dann selber ein Unternehmen gründen und dann die Steuern nachzahlen oder was? Genau, also Cardmarket, die, die, die melden, sind dann verpflichtet dazu, das dem Finanzamt zu melden, dann sagen die hier, äh, guten Gott, der, der verkauft mir ein bisschen zu viel und dann, klingelig, ich habe seit meinem Anfangszeiten auf Marke 16.000 Euro ein- und auskommen, also, ich glaube, ein paar hundert Euro mehr habe ich verkauft, aber, ja, das ist meine Bilanz. Es sind ein bisschen mehr als 30 Verkäufe, ich habe schon über 1000. Nee, 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 ab diesem Jahr jetzt. Ich habe auch schon ein paar mehr, ab diesem Jahr, das geht halt jetzt los und, äh, ja, also, ich habe das zum Beispiel jetzt so gemacht, äh, ja, also, tauschen wird wahrscheinlich jetzt wohl attraktiver sein, weil, ich kenne mich, also, ich kenne mich halt schlecht aus und das ist halt der Grund, warum ich das auch nicht mache. So, wenn ich mich da schlecht auskenne, dann, also, wie sagt man so toll, äh, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe oder sowas und ich habe wenig Ahnung, darum lasse ich das einfach. Also, ich habe Cardmarket gemacht, weil mir das auch Spaß gemacht hat zum Teil. Ja. Ähm, aber, ja, ich werde da jetzt nicht, äh, also, die Zeit habe ich gar nicht und es frisst ja auch viel Zeit, ne, also, Cardmarket, einkaufen, verkaufen, das frisst viel Zeit. Vielleicht, das war so ein abruptes, so ein abruptes Cut jetzt, äh, von heute auf morgen zu sagen, okay, ich verkaufe jetzt gar nichts mehr. Äh, war ein bisschen weird. Ich weiß auch nicht, wie sich das jetzt, äh, nächstes Jahr, also, dieses Jahr, äh, ja, zeigen wird, weil ich kann nicht immer alles kaufen, wo ich weiß, okay, das Geld, was ich da reingesteckt habe, wie bei Steam, ne, du kaufst bei Steam, du steckst einmal Geld in Steam und du kriegst es nie wieder raus, außer über irgendwelche Umwege und, äh, keine Ahnung, habe ich keine Ahnung von, von diesen Skin-Trades und sowas, aber, ja, wenn ich mir ein Spiel kaufe, ist das Geld in Steam drin, auch wenn ich es mir refunden lasse oder sowas. Und wenn ich jetzt so bei Kartenmarkt Karten kaufe und ich weiß, okay, die Karten werde ich nicht mehr los, dann kann ich, der kaufe ich auch natürlich ganz anders. also das wird sich jetzt zeigen, ähm, genau, du hast gesagt, ist komisch, also ist schon dreist, dass Händler für Cummins 40, 50, 60 Cent oder so nehmen, jein, ähm, das Problem ist, also du und ich und ich weiß nicht, ob hier Metamin auch Karten verkauft hat, aber wir sind ja die, die, die Händler stören, wenn, wenn die Karten, wenn die Mindestpreis 29 Cent Karten haben und wir listen aus dem neuesten Cent eine Havness für 2 Cent, dann kauft die ja keiner da, die wenigsten. Also okay, doch, die werden wahrscheinlich doch gekauft, aber trotzdem werden die da nicht als erstes angezeigt. Die ganzen 2 Cent Listungen von irgendwelchen Hobbyverkäufern wie, wie wir, äh, das nervt die ja. Und das wird jetzt komplett wegfallen, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel, kann ich jetzt mal auf... Scheiße, ja stimmt, das heißt ja im Prinzip einfach, dass alle Karten teurer werden. Also, ja, hab ich schon ein bisschen Angst, weil, guck mal, ich geh jetzt auf Havness und fängt alles bei 2 Cent an und ich scroll durch und keiner hat ein Gewerbe. Niemand ist gewerblich und ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz viele von denen gar keine Ahnung haben von diesem neuen Gesetz, weil Cardmarket hat das auch voll, also die haben das irgendwie gar nicht so bekannt gegeben. Aber ja, guck mal, ich scroll hier grad von 2 Cent wirklich hunderte von Händlern durch und die wenigsten sind gewerblich und die günstigsten sind alle nicht gewerblich und das wird alles wegfallen und die ganzen Händler, die ganzen Großhändler sind ja irgendwie untereinander vernetzt. Das heißt, in meinem Kopf, ich hab grad die Angst, dass alles ein bisschen teurer wird, weil halt keine Privatkunden, Privathändler mehr da sein werden und wenn die dann untereinander vernetzt sind, also ich weiß nicht, ihr habt bei Arzten jetzt, der hat ja auch einen Podcast, da höre ich mir das manchmal an und die nennen natürlich keine Namen, aber die Händler facken sich ja, oh, darf ich das sagen? Ach, alles gut. Okay, also die Händler, die nerven sich ja untereinander, ne, wenn Händler A, nee, genau, also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der das ist, aber ich sag's bekommen, bei Edi Krak, kennt ihr bestimmt Ed, Schadot, dann Edgar Kramer, den mag ich sehr gern, also bei dem kaufe ich gern ein und der ist halt meistens immer voll günstig und ich kann mir voll gut vorstellen, dass er viele andere Händler vielleicht ein bisschen, äh, fertig macht, weil er die Preise so runterzieht. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu viele Namen war, aber, also ich mag... Also die Sache ist ja die, also, ähm, an und für sich steigt ja auch gleichzeitig damit die Qualität auf Card Market. Ich fand, ich fand immer das... Muss nicht sein. Doch, weil du musst, äh, weil sehr viele müssen mit Card Market aufhören und sich ein Gewerbe machen und wenn du dann ein Gewerbe machen musst, musst du die Tätigkeit mit einer anderen Sorgfaltigkeit betreiben wie jemand, der das nebenbei macht. Dafür hab ich aber schon sehr viele schlechte Erfahrungen bei gewerblichen Händlern zu machen, zum Beispiel Karten, die als exzellent gelistet waren und dann wirklich Played ankommen und dann komplett nach Rauch riechen. Ja. Ich hab jetzt nichts gegen den Geruch von Rauch meinetwegen, aber ich will den nicht auf meinen Karten haben. Absolut verständlich, absolut verständlich. Aber grundsätzlich ist halt schon der Ansatz da, dass, wenn du das gewerblich machst, musst du... Du hast ja auch andere Haftungen. Ja, aber keiner überprüft dich, du kannst eine schlechte Bewertung bekommen, aber das steppt doch jetzt nicht der Staat ein und sagt, nein, 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 du bist ein schlechter Gewerbetreibender, du hörst jetzt auf damit. Aber da ist auch noch mal was anderes, da ist auch das, was Ehren eben gesagt hat, das ist da ganz fatal in dem Bereich. Besonders bei Gewerblichen ist der Grundsatz, und ich war schon selbstständig, wenn du Mist baust, dann bist du in der Regel erstmal schuld. Ja, natürlich. Und du musst dann, also wenn dir einer das sagt, andersrum gesagt, sorry, wenn einer dir nachlegt, dass du Mist baust, der braucht das nur zu behaupten, dann bist du in der Regel schuld und musst das Gegenteil beweisen. Ja. So, wenn eine Privatperson macht, dann ist das ein Laie, dann ist das noch mal was anderes. Da geht man mit zweierlei Maß dran. Und halt auch, die Verpflichtung ist da viel höher, auch Ersatzleistungen zu tragen für gewisse Dinge. Weil der Gewerbliche halt eine andere Haftung hat, was solche Dinge angeht. Und ich habe auch sogar Cardmarket kurz gewerblich gehabt, eine Zeit lang. Und muss ehrlich sagen, dass das halt, ich finde halt, grundsätzlich wird das die Qualität hoch machen. Und es gibt so viele Leute, bei denen wir normal ein paar Kleinigkeiten gekauft haben. Und das war immer, du hast gemerkt, die haben sich null damit beschäftigt, wie man überhaupt eine Karte verschickt. Die haben sich einfach Cardmarket gemacht und sagen, ich verkaufe hier mein Inventar, was ich habe. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das richtig machen soll. Dann waren Sachen nicht richtig verpackt und sonstige Sachen, was weiß ich auch immer alles. Und das wird zu größten Teilen halt mehr wegfallen. Was die Preissteigung oder Preissenkung anbetrifft, kann gut sein, dass das die Preise wahrscheinlich ein Stück höher treiben wird. Weil die Gewerblichen untereinander dann Kampf machen werden. Aber das kann auch wiederum dafür sorgen, dass die Preise ein bisschen sinken werden. Weil die Gewerblichen halt dann miteinander kämpfen müssen. Weil die sind dann die Platzhirsche, was das angeht. Und gleichzeitig heißt das, wenn du dir zum Beispiel einen Top-Meta-Deck ranholst und das geht nach gewerblichen Preisen und du willst dann wieder abtreten, dann trittst du es halt ab für gewerbliche Preise und nicht für Privatverkäuferpreise. Genau, abtreten. Also genau, das ist das, was Aaron dann auch gesagt hat, tritt dann ein. Dann musst du dir dreimal überlegen, also wie wirst du die Karten los? Naja, nee. Ich meine, der Kartenwert bleibt halt einfach beständiger, wenn der Wert nicht von den Spielern, sondern von den gewerblichen vorgegeben wird. Dann werden die doch tendenziell eher teurer bleiben. Dann hätten wir es niemals, dass die Shizu-Karten auf einmal für 10 Euro gelistet werden. Nee, es ging darum, ob du das verkaufst, also wie du das los wirst. Also weil du das dir selbst nicht mehr über Kartenwert verkaufen kannst. Genau, du kannst dir nicht das Zeug, also da musst du dir wirklich fünfmal überlegen, ob du das Deck wirklich spielen willst. Ja. Weil dann im Nachgang, wenn das dann doch nicht so cool ist, ist halt schwierig, nochmal zu sagen, ich werde das wie ich jetzt und sitzt auf 10 Deckkurs, ja. Oder du behältst Card Markets und rechnest immer bis 2000 und die 30 Verkäufe und dann ab 30 Verkäufe sagst du irgendwann auch... Also 30 ist auch sehr niedrig angesetzt, das ist schon echt scheiße. Das ist auch sehr wenig, ne? Wenn die 100 sagen würden, okay. Oh cool. Und es gab ja noch nie so richtig dafür eine Regulation. Das war ja auch... Ich habe ja mein Leben lang, ich habe nie Steuern zahlen müssen, also ich musste nie ein Gewerbe anmelden, weil das war ja keine regelmäßige Einkunft. Ich habe auch Card Markets nie so super ernst genommen und ich habe auch vor allem nie ausgezahlt. Ich glaube, die haben ja bei gewerblichen vor... Also wenn die dir gesagt haben, yo, du musst jetzt ein Gewerbe anmelden, haben die ja, glaube ich, meistens drauf geschaut, wie oft hast du Geld ausgezahlt. Ich habe das vielleicht fünfmal insgesamt gemacht. Ja, es ist halt... Es ist halt grundsätzlich schwierig in dem Bereich. Also ich kenne das halt, weil ich habe damals mit meiner Steuerberaterin gesprochen. Da hatte ich zum Beispiel jemanden gehabt, der wollte mir regelmäßig irgendwas an Logos oder sonst was machen und hat gesagt, ja, ich kann das so machen, ich schreibe dir eine Rechnung. Da habe ich gesagt, hast du denn ein Gewerbe? Sagt er, nein. Sag ich, wie willst du mir dann eine Rechnung schreiben? Sag ich, ich kann dir doch eine Rechnung schreiben. Sag ich, aber du hast doch gar kein Gewerbe. Es macht halt keinen Sinn. Also wie willst du eine Rechnung aufweisen, wenn du keine Firma besetzt? Aber das gibt es halt zu oft. Viele Leute denken, also klar kann man mal irgendwo irgendwas machen. Ich verstehe das ja auch. Und dann bekommt man was dafür und dann ist es halt gut. Also man kennt das halt. Aber halt grundsätzlich in so einem Bereich ist das halt... Also da geht es ja nicht mehr mehr in die Richtung rein, ich verkaufe einmal was, sondern halt ein paar Mal öfter und wieder öfter. Wer hat nicht daheim alles voll mit Karten und will die irgendwann mal loswerden. Das ist halt so ein elendiges Thema und ja. Aber da ist doch... Ja. Da ist doch bei dir, Aaron, müsste doch sein, ich weiß nicht, wie das ist bei dir. Du streamst ja viel. Ja. Wie ist das damit? Trifft diese Sache auch jetzt prinzipiell wahrscheinlich doch auch Streamer an? Ja. Also ich habe... Also da ist wichtig, ob man eine Gewinnerzielungsabsicht hat und da kann ich jetzt ganz einfach... Also ich habe tatsächlich mal mit einem Steuerberater geredet, der hat mir versucht, das zu erklären. Aber das Wichtige jetzt bei Twitch ist, dass ich keine Gewinnerzielungsabsicht habe und das kann ich auch nachweisen, weil ich eigentlich mit Twitch Verlust mache. Also im Sinne von... Equipment etc. Also ja, nicht nur das und ich kann sagen, da kommt so, wenn 100 Euro im Monat zusammenkommen, ist cool. Also ist mega nice. Ich hatte genug Monate, wo ich nichts ausgezahlt bekommen habe und ja. Und... Warte. Genau, bei CardMarket war das ja genauso auch mit dieser Gewinnerzielungsabsicht. Ich habe mir auch nie was auszahlen lassen. Vielleicht ein, zweimal vielleicht insgesamt 50 Euro in fünf Jahren gefühlt, weil das halt einfach nur wirklich ist um dieses Hobby. Genau, Liebhaberei oder so heißt das. Ich verkaufe und kaufe um das Hobby zu finanzieren. Irgendwie Liebhaberei, irgendwie sowas heißt das. Und ja, bei Twitch ist das so, dass ich aktuell da keine Gewinnerzielungsabsicht habe, das auch nachweisen kann. Wie gesagt, wenn ich jetzt, ich arbeite ja bei der Post, wenn, wenn, sagen wir, ich würde da Mindestlohn verdienen, tue ich zum Glück nicht, aber, na, könnte mal langsam mehr sein. Genau, wenn ich jetzt vier Stunden bei der Post arbeite und sagen, wir können, ich kriege 50, 60 Euro, sind das 50, 60 Euro. Wenn ich vier, fünf Stunden stream und sagen wir, ich kriege vier Subs, dann sind das acht bis neun Euro für fünf Stunden. Und das Nächste, ich habe, ich mache das ja nicht für, ich habe es nie, ich habe nie, ich habe nie am Anfang gedacht, dass ich irgendwie Subscriber hätte. Tatsächlich wollte ich, ich habe die Subscriber-Funktion eigentlich nur, also Affiliate, musste ja werden, habe ich eigentlich nur gemacht, damit ich Kanalpunkte haben kann, weil anfangs war das so, dieses, ja Kanalpunkte sind toll, Kanalpunkte sind toll auch für die Zuschauer und jetzt ist das irgendwie voll, äh, voll Gebäck feiert, weil Kanalpunkte sind der größte Rotz, weil du weißt nichts, was du mit Kanalpunkten machen sollst. Die Leute, wollen entweder Sachen, womit sie den Trollen, also die Trollen entweder mit den Kanalpunkten oder die Kanalpunkte sind lame. Also du hast, die Kanalpunkte sind, du guckst zu und kriegst dafür Punkte und wenn du subscribed bist, kriegst du ein bisschen mehr Punkte. Das ist einfach nur, äh, Dinger da, diese komische, dass du so einen Chat anklicken kannst. Ja genau, zum Beispiel ja hier, äh, 100 Kanalpunkte, trink Wasser. Da einfach so irgendwelche Befehle, wie die du halt, das kannst du customisen und da die gesunde Mitte zu finden, ist wirklich schwer. Guck mal, hier bei, bei Nipskazes, bei 100.000 Punkten schreit er. So. Und da, selbst darauf hat er, die ganze Zeit. und selbst darauf hat er keinen Bock, ne? Und hier Muri, bei ihm kommt so ein Rejotto, also der Rejotto-Sound sagt er, weil man darf ja das R-Wort nicht sagen auf Twitch, ne? Warte, das, welches R-Wort? R? R-E-T-A-D. Genau, das darf man nicht sagen. Ja. Und zum Beispiel da hat Muri Rejotto oder sowas und ja, Kanalpunkte bringen halt gar nichts und darum, ja, rückblickend, ich hab, ich hab nie gedacht, dass ich irgendwie, äh, dass Leute subscribed hätten. Bis heute ist das absurd, ne? Also wenn ich so sehe, dass fremde Leute, die ich nicht kenne, äh, bis heute nicht weiß, wie sie aussehen, wie die in echt heißen und dann subscriben die da wirklich schon irgendwie 17 Monate oder sowas, das ist echt Wahnsinn. Hätte ich, also hätte ich mir nie, hätte ich mir nie vorstellen können. Ja, Community ist immer das Geilste daran, irgendwie eine Online-Figur zu sein, so. Für mich war es das Crazieste, einfach mal, äh, auf die Deutsche Meisterschaft zu gehen, mein erstes Großturnier und ich wurde von irgendwie 30 Leuten am ersten Tag schon angequatscht und das ist so, boah, was da los? Ich so als 17-Jähriger komplett verloren in dem Messergelände und da kommen da Leute, ey, bist du nicht dieser Gurkengott? Das ist geil. Das ist absolut verrückt. Also, ich hatte das auch auf der Deutschen Meisterschaft, ich renne da auch rum und dann ganz viele Leute sprechen mich an oder ich sitze manchmal, keine Ahnung, ich sitze an Tisch 450 und dann quer gegenüber sitzt einer, schielt mich so an, guckt so, guckt, guckt, ich weiß, ich denke so, ich weiß ganz genau, was ich kriege. Polizeikontrolle. Und ich so, ja, bin ich und er so, ja krass, ich habe dein Video gesehen und das und das. Ich denke so, what the fuck? Ja, es ist absolut verrückt immer wieder. Aber, ja, ja, das mit dem, mit dem, mit dem Card Market, das ist so, also das ist krass mit der Entwicklung, finde ich, Alter, ich habe das jetzt so lange eigentlich, also gehabt, Card Market und da geht schon einiges, also, man muss sagen, wenn man das wirklich macht, also, wenn man, äh, wirklich, ähm, Sachen wieder loswerden will und verkaufen will, muss man ein Gewerbe damit anmelden oder man muss das wirklich sein lassen. Also, das 30, 30 Verkäufe, das lohnt sich fast schon gar nicht. Ja, guck mal, wenn du für 2 Cent irgendwas verkaufst und dann, okay, zählt das jetzt zu den 30 Verkäufen, ja, tolle Wurst. 30 mal 2 Cent verkauft und ja, dann haben die dich auf dem Schirm. Ja, toll, für was? Und dann gibt es ja noch irgendeine Regelung, kennst du wahrscheinlich besser als ich, sowas wie, dass du irgendwas ein Jahr lang haben musst, damit du das, äh, steuerfrei verkaufen kannst. Das heißt, wenn ich heute, keine Ahnung, äh, wenn ich heute Access Code für 30 kauf und den in 2 Wochen für 35 verkauf, die 5 Euro Gewinn muss ich versteuern. Also, die Steuerung macht schon sehr viel Spaß kaputt, ja. Weil ich den Access Code nicht mal, weil ich den Access Code nicht seit einem Jahr hier hab. richtig geil. Also, ich kenn das halt eher, halt einfach nur, dass dein Verlust und dein Gewinn gegengerechnet werden nach einem Jahr. Also, nach einem Jahr halt normal Steuererklärung, also, äh, ich hab da schon durch ein paar Mal, weil ich halt wirklich voll selbstständig war, halt mit Versicherung. Und, äh, Steuererklärung ist, äh, ja, das kann schon, also, das ballert halt. Also, das ist schon einiges, was du machen musst, was du tun musst. Unterlagen zusammenlegen und dann muss deine Steuerberaterin alles zusammenlegen und dann wirst du hier geröntgt und da geröntgt und dann wird dir gesagt, ob du halt nachzahlen musst, ob du noch, äh, was zurückbekommst, was sehr selten ist, ähm, und, ähm, ja. Also, du hast damit wirklich eine Menge Spaß, also, nicht, ähm, weil, also, die Sache ist, die du zahlst ja auch für den Steuerberater, so ist das ja nicht, das ist ja hoch unterschätzt. Also, äh, man muss ja auch so überlegen, zum Beispiel Card Market macht ja an und für sich ja auch schon, je nachdem, recht viel Aufwand und desto mehr Aufwand dein Steuerberater hat, desto mehr zahlst du ja auch für den Steuerberater, weil für jeden Finger, den er mehr krümmen muss, hast du halt mehr Kosten. Ich kann nur ein Beispiel sagen, ich war halt relativ cool weg mit meiner Steuerberaterin, aber ich hatte einen anderen Bekannten, der hat einen Steuerberater gehabt, da hat er im Monat, äh, um die 350 Euro oder 350 bis 400 Euro oder sowas gezahlt, einfach nur monatlich gezahlt dafür, weil er existiert und dann war mal eine Situation gehabt, da kam irgendein Brief vom Finanzamt und der hat eine Frage gehabt, hat er in dem Büro angerufen, äh, wurde dann durchgestellt, hat dann eine halbe Stunde mit dem Steuerberater telefoniert, und, äh, nachdem er fertig war mit dem Telefonat, hat er eine Woche später eine Rechnung von 70 Euro bekommen. Auf 350 drauf? Genau. Hä, wo und, okay. Wofür zahlt er dann das Geld? Hä? Wofür zahlt er dann die 350 Euro, wenn er nochmal extra zahlen muss? Wie zahlst du dafür, dass er es macht? Ist das ein Schwachsinn? Das geht noch viel weiter, also du musst dir das so vorstellen, die haben zu Beginn, wenn du zu einem hingehst, zu einem Steuerberater, haben die eine Tabelle. Und innerhalb der Tabelle können die mit dem Finger Stopp machen, wo die sagen, so viel Aufwand betreibst du mir. Und, äh, da hatte ich zum Beispiel einen Kollegen, der hat ein Restaurant gehabt, hat er sein Restaurant aufgemacht, und dann hat er der Steuerberaterin oder dem Steuerberater, weiß ich nicht mehr genau, hat er 2000 Euro gezahlt und dann hat er angefangen. Und danach hat er monatlich noch diese 350 Euro bezahlt. Also, also so Steuerberater machen und tun kann schon richtig ins Geld gehen, also das kann einem schon richtig wehtun, wenn man das hört. Ähm, an und für sich ist eine, es gibt, es gibt da auch so andere Lösungen, die das auch greifen können. Es gibt zum Beispiel in Berlin gibt es so ein Steuerbüro, ähm, die machen das zum Beispiel digital, die sind, äh, ganz modern, die haben so eine App, über die du zum Beispiel die Quittung fotografierst und schickst und du kriegst dann eine monatliche Rate direkt eingestuft und du hast so ein gewisses Paket, was du direkt zahlst. Also das ist zum Beispiel um ein Weitfaches viel humaner und auch digitaler und moderner. Und bei denen ist aber so, äh, die kriegen halt, äh, immer Ratenzahlungen, Leute buchen Pakete, zum Beispiel du zahlst 300 Euro und dann hast du ein Paket von, ähm, eine Stunde im Monat telefonieren, dies, das, ananas und sonstiges zum Beispiel. Und dann zahlst du monatlich auf deinen Satz, äh, 70 oder 80 Euro monatlich zahlst du zum Beispiel, wenn du klein Unternehmer bist oder sowas in dem Rahmen, also klein, selbstständig, zahlst du dann monatlich zum Rat. Also das ist zum Beispiel human vergleichsweise, aber die sind ganz anders strukturiert, wie die normalen Steuerberater, die man kennt. Weil, äh, bei denen ist das halt so, dass du, ähm, so ein, die haben so ein riesen Office und das ist voll mit Steuerberatern und da laufen deine ganzen Daten rein und werden halt bearbeitet und dann hast du eine Steuerberaterin irgendwo in deinem Umkreis, zu der kannst du, äh, hinfahren oder Steuerberaterin wie auch immer und, äh, siehst die einmal in Persona und dann vielleicht einmal im Jahr siehst du nochmal in Persona und den Rest machst du halt über digital und sonst was. Also, äh, das wollte ich auch mal machen. Das hab ich auch überlegt. Also die fand ich eigentlich ganz cool. Die sind tatsächlich sehr human, was sowas angeht. Aber wenn man, wenn man so ein Oldie ist wie ich und, äh, viel rumgerannt ist, was sowas angeht, weil ich war halt drei Jahre voll Hauptgewerbe. Ich meine, hast du auch eigentlich nicht mal mehr wirklich nötig. Steuerberatung. Äh, doch, Steuerberatung brauchst du so oder so. Wieso? Also, äh, die Sache ist die, äh, du kannst das nicht selber machen. Also du kannst, das kannst du vergessen. Also du kannst das nicht selber machen. Du kannst die Steuererklärung oder was. Genau, du, also du kannst ja, also guck mal, ähm, sagen wir mal, du arbeitest, ähm, äh, ihr zum Beispiel, du arbeitest bei der Post wie Ehren. Dann, äh, du bist ja festangestellt, gell, Ehren? Äh, ne, ich bin, äh, Abrufskraft. Also, ich, äh, das sind Tagesverträge. Ich sag, hallo, äh, brauchen Sie jemanden? Und dann geh ich hin. Ah, okay, okay, krass. Dann ist das nochmal anders. Also ich war Teilzeit, aber für Studium hab ich gesagt, kann ich Abrufskraft werden? Und dann meinten die, Genau. sagen wir, du arbeitest, ähm, du arbeitest bei EDK an der Kasse und du hast einen Vollzeitvertrag und kriegst jeden Monat 1200 Euro. So. Ja, schlechte Bezahlung auf jeden Fall. Einfach nur, um das zu versenden. Ja, ja, klar, klar. Äh, und, äh, das zwölf Monate lang. Dann hast du ein paar Kosten, ein paar wenige, die du absetzen kannst, aber viele Kosten halt, äh, auch nicht. Also, keine Ahnung, äh, manche Sachen kannst du von der Steuer absetzen, wie, äh, Medikamente und solche Sachen. Da gibt's einen gewissen Betrag. Äh, aber auch nicht viel, weil du, wenn du angestellt bist, trägt, äh, dein Arbeitgeber schon alle möglichen Steuerlasten, die es gibt. Also, du machst ja eigentlich nichts außer arbeiten und wieder nach Hause. Krankenversicherung ist bezahlt, Arbeitslosenversicherung ist bezahlt, äh, Pflegeversicherung ist bezahlt, äh, je nachdem Kirchensteuer, falls du drin bist, ist bezahlt oder nicht. Ähm, auf jeden Fall ist ja alles geregelt. Da ist zum Beispiel eine Steuererklärung gar nicht so schwierig oder kompliziert, selber zu machen. Obwohl da die auch die normale Alternative ist, was auch viele machen, ist zum Beispiel diese Lohnsteuerhilfe e.V. Das ist so der absolute Standard, so, wo viele Leute hingehen. Da zahlst du irgendwie 150 Euro und du wirfst da deinen ganzen Ordner hin, die machen eine Steuererklärung und dann kriegst du einen Brief, Rückzahlung oder eine Achtzahlung, wie auch immer. Und, äh, wenn du aber irgendwas mit Selbstständigkeit machst, dann wird's kompliziert. Ja, klar, logisch. Also, dann brauchst du natürlich einen Steuerberater. Das macht ja sehr gut. Und so war es halt... Für den Normalsterblichen, der jetzt nicht gerade großunternehmer ist, oder Kleinunternehmer ist, ist das, glaube ich, relativ irrelevant so eine Steuerberaterung. Genau. Ja, für den, also, die meisten, also, viele habe ich gelernt, machen es halt trotzdem im Endeffekt nicht selbst, obwohl es eigentlich sehr einfach ist, äh, weil oftmals die Angst besteht, irgendwas falsch zu machen. Ähm. Naja, was ist denn das Schlimmste, was passiert, wenn man es falsch macht? Bekomme man es dann nicht einfach zurückgesendet und gesagt, ja, nee, ist falsch. Ja. Bekängnis. Ja, genau. Genau, genau. Das ist halt das, was die Leute über Finanzamt denken. Ja, also, ich... Nee, aber das ist nicht... In Deutschland wird man ja Döller für... Also, für jegliche Sachen, die mit Finanzen zu tun haben, wird man doch härter dran genommen, als für irgendwelche anderen Straftaten. Ja, also, also, als für irgendwelche, ähm, keine Ahnung, Delikte, wo du irgendein Eigentum beschädigst, ist halt in der Regel halt weniger... Mache ich jedes Wochenende. Kennen wir doch. Wird nicht so hart bestraft. Sag Bescheid. Aber, ja, aber so Sachen werden halt in der Regel, ja, also, halt alles, was mit Geld halt so zu tun hat und mit Staat und Finanzamt, Finanzamt ist halt sehr krass, warum auch immer. Ja, logisch, weil Deutschland braucht das Geld, macht ja Sinn. Ja, klar. Also, äh, bei diesem neuen Gesetz, worüber wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, ich hab da auch irgendwelche, also, Solmecke soll noch dazu ein Video machen, meint der Kumpel und deswegen ist bei so einem Gesetz, da denkt ja niemand an, ach ja, die Yu-Gi-Oh! Spieler, ach ja, die Pokémon-Tri, niemand hat an uns gedacht, aber uns betrifft das halt richtig doll, eigentlich und ich hab halt auch so Videos gesehen, Kommentare gesehen, wo sich wirklich Leute auch Gedanken machen, so, so einfaches Beispiel, irgendwelche alleinerziehenden Eltern, die, die nicht schwer über die Runden kommen und dann verkaufen die, die Kleidung ihrer Kinder, die aus denen sie herausgewachsen sind auf Facebook, ne, so, hey, hier, ich verkauf eine Jacke, mein Kind passt da nicht mehr rein, passt und dann, und das zählt da auch mit rein, also, im Sinne von, dass, dass irgendwelche Leute, äh, ja, Sachen verkaufen, öffentlich, äh, ob das jetzt, also, darum, also jetzt, wir haben ja bei unserem Discord jetzt auch den Trade Channel jetzt erstmal, äh, ausgemacht, Trade Verkauf, weil wir keine Ahnung haben, wir sind jetzt nicht, wir sind nicht Ebay, wir sind nicht Amazon, wir sind nicht Card Market, aber, also, keine Ahnung, das ist ja immer die Schwimme, diese Unwissenheit, darum bezahlst du, bezahlst, also, darum ist ja auch, äh, ja, so ein Steuerberater, so ein gut bezahlter Job, weil die halt immer up to date sein müssen, um ihren Job auszuführen, weil sich da andauernd was ändert und man hat einfach keine Ahnung, diese Unsicherheit, man hat keine Ahnung, darum, äh, also ich weiß von anderen Discords, die haben es einmal kurz ab, äh, hier offline genommen, den Trade Channel jetzt wieder on und bei uns ist das aktuell so, wir wissen es nicht, wir wissen es nicht, darum einfach erstmal lassen. Ja, macht schon Sinn, also ich gehe mal sehr stark davon aus, dass dann, wenn da ein Discord derjenige ist, der da haftet, weil ich meine, über so ein Discord-Profil, wer jetzt der Server-Owner ist, da lässt sich ja nicht klar ermitteln, wer begeht da irgendwie Steuerhinterziehung oder sowas, das hat ja auch nichts mit Steuerhinterziehung zu tun, wenn Leute auf deinem Community-Server da was verkaufen. Ja, aber das ist doch, äh, das ist nicht, ich glaube, keiner von uns hat sich die kompletten Discord-AGBs durchgelesen und du bist zum Beispiel bei dir der Owner, weißt du? Bei dir ist es ja so, bei mir, ich bin, ich bin nicht mal Owner, aber ich bin halt, ich gehöre zu, zu unserem Team, also zum Beispiel bei dir steht ganz klipp und klar, du bist der Owner, von daher wird dann, ich weiß nicht, ob dann mit dem Finger auf dich gezeigt wird oder auf mich, ich weiß es nicht, darum lass ich es. Da wäre mir eine Frage, lass mal das Beispiel mal durchspielen, das ist schon mal ganz gut. Ähm, ich geh auf Facebook, äh, mach in dieser Verkaufsgruppe einen Post und sag hier, Fenrir für 50 Euro. So, dann schreibt mir jemand, jo, ich will den kaufen, ähm, sag ich ja, okay, und dann paypolt der mir, keine Ahnung, das Geld, schickt mir das per Brieftaube, was auch immer, und, äh, das Geld kommt bei mir an, ich schick dem die Karte, wer tut das nachvollziehen, dass das gerade passiert ist und zählt das zu einer meiner 30, äh, Runden, die ich dieses Jahr hab. Ich weiß es nicht, aber das ist meistens, ist das ja öffentlich, wenn das nicht gedingst wird. Also, du sagst ja, schlau sein und das privat machen. Ja, bei so einer, ja, bei so einer Masse an, äh, Menschen und Verkäufen, also, wie, wie willst du das nachvollziehen? Also, 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 das ist für mich die Frage, rein theoretisch gesehen, müsste es ein, 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 ein Tracking-System geben, und jetzt sind wir schon im Bereich, äh, China so gesehen gerade, äh, was, was aufnimmt, überall, wo du Posts machst, wo daneben Verkauf da steht, oder sonst was, oder wo irgendwas im Ansatz damit passiert, und das irgendwie in den Count bringen, und sagen, äh, Ramin hat seine 30, äh, äh, dieses Jahr, äh, und, äh, jetzt kriegst du einen Brief. Ja, ich meine, wenn man sowas nachvollziehen will, dann muss man ja zum Beispiel in WhatsApp-Privatchats schauen, in Discord-Privatchats, und überall, verstößt gegen DSGVO, das können sie nicht mal durchsetzen. Also, ich glaube einfach, das Gesetz haben sie nicht gut durchdacht. Also, das müsste, das müsste, all deine Daten, müsste das filtern, dann, von jedem Menschen in Deutschland, damit du im Ansatzweise nachvollziehbar wirst, äh, weil später können die ja sagen, du hast 30 Verkäufe gemacht, sagst du, nein, ich hab 29 gemacht. Und dann müssten die das so gesehen widerlegen, oder, oder irgendeiner müsste das widerlegen, oder zeigen, oder sagen, dass das so ist, oder nicht ist. Also, das ist, auf, 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 auf den Plattformen, wo Kauf und Verkauf stattfindet, also aktiv, also, da ist das einfach nachzuvollziehen, ja. Da kapier ich die, die, die Regel. Aber jetzt auf irgendwelchen Social Media Sachen oder so, ich kann ja auch über Insta im Grunde genommen den Quaken. Ja, aber, also, also, ich glaube, also, das Ding ist, also, es wäre ja ultra sass, also, ich glaube ja nicht, dass es in Ordnung wäre, wenn jemand sein komplettes Business über Facebook, äh, plant. Also, dass er, dass er alles, wie man es halt machen würde, macht, nur auf einer anderen Plattform. Das wäre doch, also, ich sage ja nicht, dass hier jetzt hier jede, jedes alleinerziehende Elternteil, äh, wenn ich es versuche, über die Runden zu kommen, da die Hops genommen wird, das sage ich ja gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass das nicht mehr so, dass das eigentlich nicht mehr so in Ordnung ist, nicht erlaubt ist, oder bis zum gewissen Grad erlaubt ist. Und deswegen, ich sage immer noch, die ganze Zeit, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber ich stelle mir halt die Frage, ich weiß nur, dass wir Yugi-Spieler nicht im Fokus waren, als sie sich so, so ein neues Gesetz ausgedacht haben. Ja, natürlich nicht. Wen, als ob der Staat uns, als ob uns der Staat gibt. Aber es trifft uns halt richtig doll. Es trifft uns halt. Also, ich kann nur sagen, zum Beispiel, was Dings angeht, Facebook, ich habe da so viel getradet, so viel. Ich traue niemanden, was hier, kleine Story von Muri, Muri hat was abgeschickt, zum Traden, und hat nie wieder was zurückbekommen, Ende der Geschichte. Warum ging es? Wie viel wert? Weiß ich, ich glaube, er hat, glaube ich, Artefakt Heiligtum-Playset geschickt, und für irgendwas, ich glaube, 20, 20, 25 Euro, und hat nie wieder was zurückbekommen. Und das war schon die ganze Geschichte. Ich habe sogar noch über Facebook, mein Tier, Shizu Kor, bin ich losgeworden. Ich traue, ich bin so paranoid, ich traue niemanden. Mit Chimere, der ganze Kram, den ich hatte, ging irgendwie 450, ich habe es ihm für 400 gegeben, das lief über die Bühne, wie Butter. Also ich habe wirklich unfassbar viel schon über Facebook gemacht. Einmal hat... Im Videospiel, meinst du? Äh, wie meinst du? In dem Videogame. Videogame? Okay, nee. Nee, das war witz. Achso, war witz, ah fuck, ich bin zu alt, sorry. Nee, ich meinte gerade, du hast Tier Shizu verkauft, für 400 Euro, in dem Videospiel. Achso, ja. Such mal in den Videospiel, okay, egal, egal. Ja, also ich habe wirklich da, also einmal hatte ich ein Problem gehabt, aber das habe ich dann direkt auch zur Anzeige gebracht und, ähm, dann hat auch die Staatsanwaltschaft ermittelt, die Geschichte läuft immer noch, äh, aber... Wegen was? Was meinst du? Wegen welchen, was für Karten? Äh, das war ein, äh, Swordsoul Iris in Starlight Rare für 70 Euro anstatt 130. Ja, und da ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen der Iris? Ja klar, wegen Betrug, es geht, es geht, es geht grundsätzlich ja nicht um den Kartenwert oder so. Aber habt ihr den Vertrag aufgesetzt? Nee, ich habe, ich habe, ich denke, er weiß, was ich gemacht habe, ich bin, ich bin, äh, also erstmal, ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, denen das passiert ist. Das kam dazu. Zweitens, was habe ich gemacht? Ich bin hingegangen und habe den Chatverlauf in Facebook auf DIN A4 Seiten ausgedruckt, habe den mitgebracht, bin zur Polizei gegangen, habe meinen Perso und alles mitgebracht und habe den angezeigt. Und die ermitteln gegen den. Und der hat jetzt auch deswegen, also, ein Strafverfahren wegen Betrug an der Backe. Dann, dann ist, dann ist egal, ob 70 oder 700 Euro sind in der Situation. Also, also, da bin ich rigoros, was sowas angeht. Also, da gönne ich gar nicht. Also, ich hatte auch, äh, auf Card Market eine Situation gehabt, wegen Fusion Destiny. Als klar war, dass Fusion Destiny eine gute Karte wird, aus gewissen Gründen. DPI. war ich so klug gewesen, habe auf Card Market ein Playset gekauft bei einem. Für 1 Euro das Stück. Es kam, eine halbe Stunde später, oder was auch immer, kam eine Nachricht, ja, kann ein bisschen dauern, bin im Urlaub zwei Wochen. Relativ zufällig kam diese Nachricht. Das ist sehr ungewöhnlich. Ja, sehr ungewöhnlich. Äh, habe ich geschrieben, ist gar kein Problem, ich kann gerne warten. PS, falls du das machst, weil du weißt, dass die Karte hoch geht, das funktioniert bei mir nicht. Habe ich dem geschrieben, zwei Wochen später, saß ich ganz zufällig an meinem PC, und habe gesagt, jo, wie sieht es aus? Keine Antwort. Einen Tag später, habe ich geschrieben, also, möchtest du mir die Karte schicken, oder soll ich an die Polizei gehen? Weil, ich lasse mich von dir nicht verarschen, das kannst du vergessen. Fängt der an, mir riesen Texte zu schreiben, irgendeinen Mist zu erzählen. Habe ich gesagt, hör mal zu, mich interessiert, das alles einen feuchten Dreck, was du dir sagst. Ich habe diese Karte, für diesen Preis gekauft, und hier sind, zwei Willenserklärungen, zwei übereinstimmende Willenserklärungen, zustande gekommen, und damit hast du einen Kaufvertrag, mit mir geschlossen, und du schickst mir diese Karten jetzt zu, ob du willst, oder nicht. Oder, ich werde dich wegen Betrug anzeigen, das kostet mich nämlich, keinen Cent. Es interessiert mich nicht. Und da habe ich so einen Stunk gemacht, da kam ein Cardmarket dazwischen, und ich habe natürlich auch gemeldet, das habe ich schon davor gemacht, das habe ich sehr schnell gemacht, das war mir vollkommen Latte. Kam ein Cardmarket dazwischen, hat gesagt, ja, wir sehen hier, es kommt zu keiner Lösung, wir würden dir sechs Euro als Entschädigung schicken. Habe ich geschrieben, ich habe die Karten gekauft, zu dem und dem Preis. Die Karten insgesamt, sind aber momentan so und so viel wert, dann sind die in den zwei Wochen auch schon gestiegen, und waren schon mindestens fünf, sechs Euro das Stück. Und ich will mein Geld haben, sonst gehe ich zur Polizei, es interessiert mich nicht. So ein Riesentext, ich wäre so und so frech, was auch immer. Ja, ich meine, das wäre ja nicht, ich will mein Geld haben, weil sonst würdest du einfach die drei Euro wieder kriegen. Achso, ne, ich will die Karten haben, so war es gemeint. Ja, klar, dir steht das zu. So war es auch bei diesem Typen, der diese MSTs von mir gekauft hat. Er hat ja ein Recht darauf, genau diese Karte zu besitzen. Und da hat auch Cardmarket gesagt, du musst ihm das zuschicken, wenn du ihm erstattest, ist das nicht in Ordnung. In gleicher Art und Güte, also die Ware muss er ersetzen halt. Ja. Und zum Schluss hat er mir irgendwie gedroht und hat gemeint, er wird gerne meine Nummer haben und mit mir telefonieren. Dann ist aber Cardmarket hingegangen und hat dann den Chat zugemacht. Ich konnte ihn nicht mehr kontaktieren. Und dann hat er aber mir die Karte geschickt. Ja. Auf einmal waren sie da. Und auf einmal ging es. Also da bin ich eiskalt. Also ich gehe da bis aufs Äußerste, weil das interessiert mich nicht. Mir geht es da nicht mehr um 5, 10, 50, 200 Euro. Mir geht es ums Prinzip. Also zur Polizei ging, kostet keinen Cent. Und wenn jemand da draußen rumrennt und meint, einen auf dick zu machen, weil er meint, er ist halt jetzt ultra cool und muss dir die Ware nicht geben, obwohl du die rechtmäßig ab jetzt besitzen dürftest, sag ich, die Anzeige kostet mich keinen Cent. Die kostet mich eine halbe Stunde Lebenszeit. Ich gehe hier zum Bahnhof, das dauert nicht lange. Und dann kannst du dich damit rumquellen und rumschlagen und denen bei der Polizei erklären, warum du solche Dinge machst. Und das macht keinem Spaß. Das kann ich vergewissern, weil die Situation hatte ich schon selber mal gehabt. Ich wurde selber mal vorgeladen. Weil ich hab... Die haben mich wie den letzten Verbrecher behandelt. Ich hab damals... Ich hab mal damals gerappt. Ja. Oha, das wusste ich nicht. Das hat er mir mal geschickt. Das war sehr lustig. Ich hab noch mehrere Lieder davon. Das ist ultra lustig. Ich hab so Rap-Battle. Kennst du RBA, Ehren? Ich glaub nicht. Okay, gut. Ich lad mal irgendwann mal was hier hoch, Alter. Kann man sich gerne mal... Bitte. Bitte. Als 1000-Abo-Special lädst du die alle hoch, ja? Ja, als 1000-Abo-Special hören wir uns Raps von Metamin an. Und ich hatte so einen Verstärker gehabt zum Rappen und den hab ich verschickt. Und das blöde Ding kam einfach nicht an. Ich hab keine Ahnung, warum es nicht ankam. Der Typ hat sich beschwert, ich hab mit dem hin und her gekämpft. Das waren irgendwie 80, 90 Euro. Und irgendwann hab ich gesagt, weißt du was, ich geb dir das Geld zurück, jetzt hab ich Minus des Todes gemacht, aber ist so. Aber darüber hinweg hat er das anscheinend bei der Polizei gemeldet. Und dann haben die gegen mich wegen Betrug ermittelt. Achso, ich dachte, du hättest ehrlich was verbrochen. Nein, ich hab das Ding wirklich weggegeben. Aber euch Südländern kann man ja nie so genau wissen, wa? Das ist doch eigentlich recht. Das ist das Problem, wenn ich das sage, sagt jeder, okay gut, du hast das gemacht, aber ich hab's wirklich nicht gemacht. Ich hab einfach so unfassbar Minus mit dieser Scheißaktion gemacht, weil ich hab dem das Ding erstattet und dann musste ich bei uns zur Kripo gehen und mich dazu äußern. Und dann saß da, keine Ahnung, Erika und daneben saß Hans und dann sagt die, ja, also ich heiße Safari mit Nachnamen, sagen die so, Herr Safari, sie haben was verschickt über Ebay, äh, also sie haben was nach dem Verkauf verschickt und das kam nicht an. Wie kann das sein? Sag ich, ja, ich hab schon mal Sachen gekauft und die kamen auch bei mir nicht an. Das passiert halt bei der Post. Dann sitzt die da so, guckt mich so an, sagt so, Hans, hast du schon mal was bei Ebay gekauft? Sagt der so, ja, hab ich. So sagt die, ja und, kam das immer an? Ja, bei mir kam das immer an. Was ist das denn? Wollte mich gerade verarschen, Alter. Ich hab doch nichts getan. Ich hab dem Typ das Geld gegeben, doch, was wollt ihr von mir? Okay, gut, ich muss auch sagen, zu deren Verteidigung, ich hatte Rebox an, ich hatte so eine, ich hatte so eine Königskette angehabt. Ganz schlechte Idee, damit zur criminal Polizei zu steppen. Ich hab so aus zu dieser Zeit. Ja, aber du nimmst doch wohl deinen Schmuck ab, wenn du da hingehst. Ich hab, ich hab noch so, 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 so ein Polo mit Kragen gehabt und dann sitze ich da so und die fangen an, mich nur zu bashen die ganze Zeit und ich sag so zu denen auch, äh, kurze Frage am Rande, sag ich so zu denen, ich hab dem Typ das Geld zurückgezahlt, warum muss ich hier nochmal 105, ich musste dafür 150 Euro noch zahlen. Du hast 240 Euro aus der Tasche gezogen bekommen für nichts? Ja. Nee, damit er den Verstärker abschickt. Nee, ich musste die, nee, ich hab 80 für den Typ bezahlt, also das, was das Ding gekostet hat, den Verstärker und dann musste ich so gesehen als Strafe wegen Ordnungswidrigkeit, keine Ahnung, wie auch immer, wurde ich noch gezwungen, noch 150 Euro zu bezahlen und musste da sitzen und mich rechtfertigen. Ah ja. Das nicht, also wow. Wow. Dann hab ich ja gefragt, ja, warum ist das überhaupt so? Ich hab da kaum eine Antwort drauf bekommen, war im Endeffekt Gott und dem Herrn und allen möglichen, allmächtigen Wesen des Planetens dankbar, dass ich da einfach raus bin, heil, und die mich nicht irgendwie da festgehalten haben und, äh, ja, das war mein Erlebnis da gewesen. Ähm, spaßig ohne Ende, auf jeden Fall und die Leute, gegen die man halt so eine Anzeige da macht, die werden dann halt auch, äh, die werden dann halt gelöschert ohne Ende. Die werden sogar danach kontrolliert, wenn du zum Beispiel dann, ähm, wenn die dann zum Beispiel aussagen, ich hab kein Geld, um den zu bezahlen oder was weiß ich sonst was, dann werden die zum Beispiel nach Kontoausfügen und allem gelöschert. Logisch. Ja, du kannst denen halt schon eine Menge Stress machen dafür, dass die so, sich, dass die da einen auf dick machen ohne jeglichen Grund eigentlich im Grunde genommen. Ja, logisch. Ja. Aber das ist einfach absolutes Versagen, das kann ja nicht wahr sein. Das ist ja furchtbar. Ich hab da mal gefressen, das ist halt so. Aber dafür, muss ich sagen, nach all dem, was damals war, ich hab nie irgendwas in meinem Register gehabt. Ich bin immer gut rausbekommen. Gott sei Dank. Ja. That's life. That's life. Das war meine Ausflucht in dem Bereich. Aber ich hab damit auch gar nicht gerechnet. Also ich hab gedacht, ich schick dem, dass das Ding gut ist. Auf einmal lag halt der Brief dann später bei mir. Ja, die Staatsanwaltschaft ermittelt oder keine Ahnung, Krippe oder was weiß ich, ermittelt gegen sie wegen Betrug. Und ich muss dann da und dahin und mich dann äußern um die Uhrzeit. Und wenn ich nicht kann, muss ich eine Begründung bringen, warum ich nicht kann, etc. sonst was. Als ich auch einen Brief bekommen hab vom Amtsgericht oder Landesgericht Potsdam da, da hab ich auch erstmal mein Herz stehen geblieben, bis ich dann gesehen hab, ich soll nur als Zeuge aussagen in der Anzeige, die ich selbst erstattet hab. Also Gott sei Dank. Ich hätte ja sein können, dass dir da irgendwie was passiert wäre oder so, wovon ich nichts weiß. Ja, hat man halt nie auf dem Schirm, ne? Also was da, wie rauskommt oder sein soll. ja, das war, äh, das war ein Erlebnis gewesen. Das werde ich auch nie vergessen, aber... Ja, gut. Podcast-Episode abgerundet mit Polizeigeschichten. Mit Metamin fast im Knast. Normalster Yu-Gi-Oh! Spieler. Ja, Metamin-Rapper oder Knastig? Keine Ahnung, wieso. Einfach nur, weil ich gesagt hab, ich hab, ich brauch Geld, ich verkaufe diesen Verstärker, ich hab eh die letzte Zeit kein Lied mehr aufgenommen, scheiß drauf. Und dafür hab ich dann, ja, musste ich dann bluten. Das war dann der Abgang meiner Rap-Karriere dann. Verdammt, hast du jemals wieder Musik gemacht dann? Irgendwann später, glaube ich, schon mal, doch. Und wie war das da? Dein Rapper-Name findet man gar nicht? Ähm, auf, ähm, auf, auf RBA findest du was. RBA? Also RBA. Aber da... V-A. Nee. Äh, also das heißt, also das ist wie NBA, ähm, nur RBA, also Rap-Battle-Arena. So, members, warte mal, was? Ich guck mal gerade. Die Seite sieht ja aus wie von 2007. Ist die auch. Äh, ja, das war ja auch die Zeit gewesen, wo ich gerappt hab, also 2007, 8 um den Dreh. Hä, und, und wenn man, Tabelle, Top 100 Battles, wie war dein Name? Äh, willst du überhaupt wissen, also, weißt du überhaupt, was das ist? Also soll ich überhaupt mal erklären gerade, was das ist, weil die meisten kennen einfach wahrscheinlich. Kann jemand Bildschirmübertragung anmachen, damit wir das kurz hier demonstrieren können? Kann ich, kann ich machen, am Moment. Wahrscheinlich erst mal. Am besten den Browser-Stream, dass wir es uns gleich anhören können. So, Willkommen. Genau. So, äh, das ist, also das ist, also das ist, damit man überhaupt einen Überblick hat. Äh, RBA heißt Rap Battle Arena. Äh, wahrscheinlich kennst du Kollegen. Ja. Äh, der kommt auch von da. Und, ähm, RBA hat halt damals so funktioniert, auf dem Prinzip, äh, man battelt gegen andere. So, also du gehst hin und, ähm, schreibst 16 Zeilen, also das ist so, äh, eine Minute oder so ungefähr gefühlt. Die, äh, die schreibst du in der Regel oder auch mehr, wie du gerade Bock hast. Schreibst die und, äh, lädst die hoch. Also du hast damals ein Beat gehabt und dann hast du da drauf gerappt, ähm, und hast das hochgeladen. Also da auf die, auf die Arena, auf die Seite. So. Und dann hat, äh, dann hast du den Beat sogar noch extra mit hochgeladen und dein Gegner hatte dann zum Beispiel zwei Tage Zeit auf dem gleichen Beat gegen deine Runde zu antworten. Okay. So, dann antwortet der auf dein, auf dein, auf dein, auf dein Rap, äh, auf das, was du gemacht hast und, ähm, dann geht dein Gegner hin und rappt eine neue Runde auf einem anderen Beat noch hoch und, äh, lädt den Beat dazu extra hoch, damit du auf dem Beat wieder antworten kannst und das geht drei Runden lang. Und, äh, da müsste auch irgendwo Kollegah sein, der Kollegah heißt der da in dem Ding. Äh, und da drauf, äh, hab ich und Kollegen haben damals da drauf gerappt. Ah, wir brauchen jetzt mal einen Link zu einem von deinen, äh, Raps, du hast mir doch mal welche geschickt. Äh, ja, Moment, ich kann mal gerade schicken. In der Hall of Fame, als ob Kollegah dann nicht in der Hall of Fame ist. Da ist auch Crow. Crow ist auch dazwischen, ja. Der hat auch da angefangen. Ich hab grad den Link gerade reingeschickt, äh, Tabelle, Hall of Fame, äh, der Kollegah. Äh, muss man gerade suchen. Du kannst auch bei Suche einfach eingeben. Ja, die Seite ist ultra alt. Also das, was ich gerade geschickt hab, das sind meine Battles, die ich gemacht habe. Panther. Du bist Panther? Genau, ich bin Panther. Oh, guck mal, hier sind sogar noch paar Ready hier. Guck mal, Pueblo Escobar ist ready. Lass den mal ausfordern. Und hier hab ich auch Abdullah Darula. Neujahrs Vorsatz ist, dass wir beide wieder mit Rappen anfangen und dann steigen wir da auch wieder ein Jahr. Ich glaub, das ist aber gesperrt mittlerweile. Ach, schade. Also ich weiß nicht, ob's noch geht. Du kannst dann noch links auf diese Battle-Nummern drücken und dann kannst du die dir anhören, glaube ich. Genau, du musst auf die Nummern gehen und dann, wenn du, da ist zum Beispiel die erste hin, das ist sehr, sehr unübersichtlich, genau, das ist von mir zum Beispiel. Das alles. Genau, also geh hoch, geh hoch, dann siehst du das, so, da siehst du Runde 1 hin. Das ist von Guy der Clown, oder wie der heißt. Ja. Wenn du jetzt auf die Runde 1 hin drückst, dann kommt die Audio-Datei. Oh, Leute, ich hab's hier halt runtergeladen. Na, die kann man da nicht ordentlich streamen. Die kommt, die wird direkt runtergeladen und dann kannst du die hören. Ist jetzt gerade für Discord ein bisschen scheiße, warte, dann öffne ich das mal kurz selber nochmal. Wenn du die Anwendung anmachst, dann kannst du es so gesehen ab, äh, anmachen so gesehen. Also wenn du Anwendung filmst über Discord, soweit ich weiß, Ja, aber das ist ja eine extra Anwendung nochmal. Achso, ja. Also da, ich will dich jetzt hören. Genau. Warte, aber es rückt dann nicht von, ja, rückt es von Panther. Genau. Dann mach ich die bei mir auch mal kurz an, dass hier die Leute dich hören können einmal. Ich hoffe, dass es nicht gekopyrightet ist. Ich bin kurz vor meinen Schlafen und siehst du auch mal rum. Wenn ich so fache, weiss einiges mehr. Anfrosa, warte, dann kommt Gudi, der Clown und wenn hier die Vollmacht doch noch einen Punch. Nein, tun ich nicht. Hey, bei Tausabnissen, das ist so lame, das ist so, da muss ein neuer Track kommen bei Tausend. Ich hab auch eh schon überlegt, irgendwas mal so zu machen, so einen Yuvi-Track, aber der muss dann so, schon so richtig dämlich sein. Da hab ich auch drüber nachgedacht. Auch schon so richtig dämlich sein, ja, lass mal, lass mal einfach einen Track machen. Genau, wir müssen dann als Ansporn machen, bei dir, ähm, äh, müssen es dann, äh, zweitausend sein, bei mir müssen es tausend sein. Ich schwöre, ich mach das. Ja. Ja, mega. Ja, Alter, wirklich cool. Da kann ich mal so eine Lissling-Session machen, also da, genau, und da, tatsächlich, wenn ich so nachrückbetrachten gucke, also wenn man da auf die Seite guckt, sieht man, da sind schon einige Battles gemacht. das erste war am 11.04.2009 und das letzte hab ich 5.06.2011 ging das los. Warst du gut? Äh, es ging, ich war mittel, also gut war ich nicht, also so, also nicht so krass, es gibt paar, es gibt Dinge, die kann man sich anhören. Ja. Das klingt für mich nach einfach Standardstraßenwrap gerade. Äh, ne, das da ist Technik alles. Was? Das da, das da ist alles technisch, also das da ist alles, ähm, äh, also du kriegst keine Punkte, also du musst dir so vorstellen, du machst eine Runde, also du siehst das ja, wenn du da auf die Battle-Nummer da drückst, die da ist, ne? Ja. Äh, und dann siehst du ja, äh, da siehst du eine Jury, die das bewertet, was du machst. Ja. So, und wenn du einfach nur sinnlos Straßenwrap machst oder so, äh, dann kriegst du keine Punkte. Ja, logisch, das ist ja quasi das, was später JBB sehbar, das ist ja genau dasselbe. Wow. Also das, das, das muss schon sehr technisch sein, was du da bringst, weil, äh, ja, auf einmal Punchlines, ne? Ja. Wahnsinn. Weil, weil die bewerten das, also die schreiben, die hören sich deine Runde an, die hören sich die Runde vom Gegner an und dann sagen die, äh, geben dir explizit ihr Feedback und, äh, sagen, du kriegst Punkt oder keinen Punkt halt. Boah, was wir eigentlich mal machen könnten, wir Disstracks gegeneinander aufnehmen, so wie damals. wie das damals war, weil da können wir richtig auf die Punchlines hier gehen. Das wär cool, ja, das wär eigentlich gar nicht schlecht. Also ich wär da dabei. Ja, ich auch. Na, Glatze räumt sich schon mal auf Atze. Verdammt. bin ich. Aber mit Gurke kann man noch viel machen. Was denn? Gurke, Schurke, wow. Da hört's halt auf. Ja, Gurke, Schurke, Alter, das ballert ohne Ende. Boah, das ballert ohne Ende, so wie ich deine Schwester letzte Nacht. Das war ne Lüge. Erzähl das nicht weiter, das war ne Lüge. Ich werd geschlagen, wenn Leute das rausfinden. Kein Angst, ich behalte das für mich. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall, ich glaub, das ist ein ganz guter Zeit, um die Folge zu beenden. Wir sind bei anderthalb Stunden. Ja, das wird die Extended Version, ja. Sehr gut. Ansonsten, vielen Dank fürs Dabeisein, Ehren, es war uns eine Ehre. Danke euch. Und dann, haut rein, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.